Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Wunderbar. Ach, ist das schön. Hier über mir sitzt der Herr Alexander Dippel-Ing, wollte ich schon sagen. Diplom-Ingenieur bist du nicht? Noch nicht. Waschgau. Hallo. Und da sitzt Dippelpsych Sophia Krabbeiß. Hallo. Genau. Ich bin heute nur wieder moderatierenderweise hier und suche aus dem Chat Fragen heraus, die ihr stellt, die mich interessiert, nein, von denen ich denke, dass sie der Allgemeinheit irgendwie dienlich sind. Ah, Spessart Marth schreibt gerade schon, kann ich das als Fortbildung anerkennen lassen? Selbstverständlich. Ja, bestimmt. Wir könnten tatsächlich mal mit der Psychotherapeutenkammer drüber reden und dann könnten wir uns das vielleicht sogar, lassen wir das. Ja, ganz schnell lassen wir uns das. Ich habe, ich habe, warte mal, wo habe ich denn? Hier hatte ich doch gerade eben, habe ich doch gesagt, ich hatte so eine schöne Nachricht. Eine Frage hatte ich. Eine Frage, ja, und zwar gibt es einen Namen dafür, wenn einen Rechtschreibfehler wahnsinnig stören? Fangen wir mal einfach an. Also du sagst dazu Rechtschreib-Nazi dann. Ja, oder viele andere sagen das auch. Aber was, was ist da, wenn einen Leute so wahnsinnig, wenn einem das so richtig, also es scheint ja wohl sehr zu sein. Da gibt es bestimmt irgendein Fachwort für, das ich aber nicht kenne. Zwangsstörung grob vielleicht, aber. Eventuell, oder aber die beste Voraussetzung für einen Lektorenjob. Also es muss ja nicht schlimm sein. Also es ist ja die Frage, ob man das dann sinnvoll umsetzen kann, wenn es einen stört. Aber sicherlich gibt es irgendein lateinisches Fachwort dafür, das ich aber nicht kenne. Das reicht mir. Und werde ich jetzt auch nicht nachschlagen, weil das ist immer doof. Das läuft ja gut schon mal. Hast du gut gemacht, Tommy. Sehr gerne. Hast du noch so irgendwas? Ich habe noch was. Ja, schön. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Diese Aggression, was macht das mit euch, dass ich hier, die, der Halbjurist schreibt, falls Tommy noch nicht mitgelesen hat, wiederhole ich es nochmal. Das heißt, es scheint ihm ernst zu sein. Denn ich wäre heute für eine Ausführung über die Probleme der Dippelpsychs mit Sigmund Freud. Also das kam immer wieder. Das kam jetzt auch schon als andersartige Nachricht, Alexander. Das wurde auch schon an uns geschrieben. Bei Twitter haben das Leute gefragt. Und ich habe so das Gefühl, wir kommen da vielleicht jetzt nicht so richtig raus aus der Nummer. Und darum würde ich jetzt einfach mal sagen, falls ihr da irgendwie was dazu sagen könnt, bitte tut es. Also eine der Anfragen, die wir erhalten haben, war, dass wer eine Minderwertschätzung der Person freut. Man würde ja heute auch nicht über Albert Einstein komische Sachen erzählen. Und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Und diesen Vergleich höre ich ganz, ganz oft immer, dass man sagt, naja, wieso äußerst du dich despektierlich über Freud? Der hat doch dein Fachgebiet begründet. Und kein Physiker würde sich über Albert Einstein lustig machen. Der hat ja auch komische Dinge gesagt und getan. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen den Personen Albert Einstein und Sigmund Freud. Nämlich das, was Albert Einstein in seinem forscherischen Leben an Theorien aufgestellt hat, hat bis heute Gültigkeit. Die Vorhersagen, die er getroffen hat, werden heute durch aufwendigste Experimente, die man sich damals noch gar nicht vorstellen konnte, immer noch bewiesen. Das heißt, das, was Einstein als Theoriegebäude aufgestellt hat, hat bis heute Gültigkeit und ist immer wieder belegt worden. Natürlich ist dieses Theoriegebäude auch erweitert worden. Das ist völlig klar, weil sich natürlich die Physik eine weiterentwickelnde Wissenschaft ist, wie glücklicherweise fast alle Wissenschaften, kann man ja sagen. Aber die Grundpfeiler, die Albert Einstein gesetzt hat, die sind bis heute da und die sind nicht negiert worden. Umgedreht ist es allerdings so, dass Sigmund Freud tatsächlich der Erste war, der sich mit der Psyche beschäftigt hat, der Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Störungen ernst genommen hat, der Gründe dafür gesucht hat, der im Grunde der Psychotherapie ja auch war. Das ist alles richtig. Aber das gesamte Theoriegebäude von Sigmund Freud, was er aufgestellt hat, ist heute eben nicht belegt. Das ist anekdotische Evidenz, die wir da haben. Und der extreme Fokus auf das Sexuelle, das Freud hatte, denn fast alle Störungen und alle Dinge, über die Freud gesprochen hat, waren dann immer wieder mal auf sexuelle Dinge fokussiert, so möchte ich das mal vielleicht formulieren. Der Begriff der Hysterie oder dass jemand hysterisch ist, ist zum Beispiel einer der Begriffe, die Freud geschaffen hat. Und was waren hysterische Frauen in dem Fall tatsächlich? Das war eher eine weibliche Störung. Ich will gar nicht genau so beschreiben, worum es ging, aber die Therapie, die er hatte, war Masturbation. Dann würden Frauen weniger hysterisch sein. Das war so ein Ansatz, den Freud vertreten hat. Und heute wissen wir, so ganz einfach funktioniert es vielleicht nicht. Das heißt, Sigmund Freud ist sicherlich der Begründer der Psychotherapie. Das ist völlig richtig und hat sehr, sehr viele Dinge angestoßen, hat auch Dinge in die Gesellschaft hineingeholt, hat begonnen, über psychische Störungen zu sprechen. Aber, und das kann man wertschätzen, aber eben die Entwicklung in der Psychotherapie, die es bis heute gegeben hat in einer langen Tradition, ist eine komplett andere. Und wenn wir uns die analytische Psychotherapie oder die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie anschauen, die ja im Grunde genommen aus der freudschen Schule stammen, sind das heute auch komplett andere Therapieansätze als das, was Freud damals propagiert hat. Und insofern finde ich, man kann das wertschätzen, aber man sollte Freud anders als Albert Einstein aus den genannten Gründen nicht auf einen Sockel stellen, sondern man muss ihn da auch kritisch beäugen. Genauso ein anderes Beispiel, was man eh nicht betrachten kann, wäre jemand wie Herr Luther, wo man ja sagt heute, das ist ein Antisemit gewesen, der hat sehr viel antijüdisches Zeug erzählt, was komplett richtig ist und das muss man auch natürlich so benennen. Umgerät hat Luther aber auch eine Ablösung von der katholischen Kirche und sehr viel für die Aufklärung eine freie Gesellschaft getan. Das sind die beiden Dinge, die man natürlich gegeneinander abwägen muss. Und insofern für die Psychologie als Naturwissenschaft, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, hat Freud im Grunde genommen heute überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Das muss man ganz klar so formulieren, sondern das ist jemand, der die Psychotherapie, die Psychoanalyse, das war ja das, was er geschaffen hat, in die Gesellschaft gebracht hat. Aber für das Fach Psychologie heute, so wie es an den Universitäten gelehrt wird, hat er außer einer historischen Note in der Einführungsvorlesung eigentlich keine Bedeutung mehr. Was soll man da jetzt noch? Ja, dem habe ich sowas von gar nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Alexander. Das ist immer noch alles sehr knapp, das weiß ich. Und es gibt Menschen, die sich sehr intensiv mit dem Leben von Freud beschäftigt haben. Aber ich glaube jetzt, dann würden wir das nicht alle bekloppt, sondern die sieben Wunder, sieben uns freutzen in dem Podcast. Die sieben Wunder, das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus einem Hongkong-Action-Film und irgendwas, was man zu essen bestellen kann. Oder? Sind es auch nicht diese sieben Köstlichkeiten? Sind es nicht acht Kostverkeiten? Ich weiß es gar nicht. Der Chat wird es uns gleich sagen. Das stimmt. Olson Owo fragt, könnt ihr vielleicht ein bisschen was zum Thema Burnout sagen? Was sind eurer Meinung nach Zeichen, dass es Zeit ist, sich Hilfe zu suchen? Sophia, gibt es da irgendwas, was du da beitragen kannst? Zeichen, sich Hilfe zu suchen. Das kann man so ganz allgemein sagen. Wenn du überlegst, ob du Hilfe bräuchtest, ist es wahrscheinlich ein Zeitpunkt, wo du Hilfe suchen solltest tatsächlich. Also das ist ja ein Zeitpunkt, sich Hilfe zu suchen. Ich bin ja immer dafür, sich so früh wie möglich Hilfe zu suchen. Aber natürlich hat da jeder eine Schwelle zu sagen, nee, will ich nicht oder wo denn hin und ach, ist mir jetzt zu viel Arbeit. Aber wenn du darüber nachdenkst, bin ich jetzt schon in einer Situation, wo ich Hilfe brauche, dann würde ich sagen, frag jemand, der sich auskennt. Und ansonsten Burnout ist ja, ja, es ist schwierig zu sagen. Also die Symptome sind ja ähnlich wie die einer Depression. Und das heißt, wenn du einfach an dir Veränderungen bemerkst, also es gibt ja Menschen, die einfach sowieso viel schlafen oder nicht so aktiv sind. Und man muss immer gucken, wie ist es denn im Vergleich zu früher? Also es ist ja nicht jeder gleich und für manche ist es ganz normal, dass sie halt nicht so aktiv sind. Und für andere ist es ein Zeichen dafür, dass was nicht stimmt. Also schau einfach, bist du jetzt sehr anders als früher? Also nicht in Form von, ich habe mich weiterentwickelt, ich bin jetzt Erwachsener, sondern solche Sachen wie, früher war ich total aktiv und jetzt habe ich auf nichts mehr Lust, das zum Beispiel wäre ein Zeichen, mal zu gucken, auch irgendwie Unterstützung. Alexander, willst du noch was addieren? Ergänzend, also das natürlich genauso, wie Sophia sagt, was man sich noch anschauen kann, ist natürlich, dass man guckt, was sind Stressoren, ist so ein Fasswort. Also was sind Dinge, die mich, die mich stressen, die dazu führen, dass es mir nicht gut geht. Das können ja unterschiedliche Dinge sein. Das kann eine familiäre Situation sein extern, also Eltern, Schwiegereltern, die einen stressen. Das kann die eigene Familie sein, nicht? Also wenn man zum Beispiel frische Eltern isst und wenig Schlaf bekommt, das kann ein sehr, sehr großer Stressfaktor sein, nicht genügend Schlaf zu bekommen. Klassischerweise denkt man bei Burnout dann auch immer an Arbeit, aber es kann ja auch das Studium sein, was ein großer Stressor ist, dass man mit irgendwas nicht klarkommt, dass man mehr Zeit braucht oder die Kombination aus Studium und irgendwelchen Nebenjobs, damit man über die Runden kommt. Also da muss man auch nochmal schauen, was ist eigentlich ein Stressor, den ich habe? Und wenn es mir nicht gut geht, kann ich erstmal selber da an diesen Stressoren was ändern, kann ich da was machen? Das wäre für mich immer der erste Schritt. Und wenn man aber schon gedanklich an dem Thema Burnout dran ist, dann ist es genauso, wie Sophia sagt, dann wird es eigentlich idealerweise Zeit, sich jemanden zu suchen, der einen berät. Und da kann man natürlich versuchen, Psychotherapie anzustreben. Aber gerade wenn es auf den beruflichen Kontext geht, gibt es eine ganze Reihe von Coaches, die da auch inzwischen einen sehr, sehr guten Job machen, die so Berufscoaching machen. Die können auch sich kümmern, wenn es um Mobbing geht. Das kann ja auch furchtbar stressig sein, wenn man einen Betrieb hat und man hat jeden Tag Bauchschmerzen, wenn man da hingeht, weil alle Leute doof sind. Und da muss es noch nicht mal eine Psychotherapie sein, wenn es der berufliche Kontext ist, sondern kann man auch mal zu einem Coach gehen und das kann auch sehr helfen. Da müssen wir, glaube ich, zum Thema. Ja, genau, Sophia, das hatte ich mir schon gedacht, sag. Ja, also alles richtig, stimmt. Bei Coaches klingen bei mir so die Alarmglocken, weil das ist ja kein geschützter Beruf, also keine geschützte Bezeichnung. Das heißt, jeder kann sich Coach, Spezialist, Speaker, Mentor, weiß ich was nennen. DJ und Model nennen. Genau, zum Beispiel auch. Das ist ein guter Hinweis. Es gibt so Rankings von Berufscoaches für verschiedene Städte. Da sollte man sich mal so vier, fünf, sechs, sieben, acht Rankingsseiten angucken. Wenn einer da immer ganz oben auf allen Rankingsseiten dabei ist, und das sind zum Teil auch unabhängige Rankings, dann sollte man vertrauen und nicht das Telefonbuch aufmachen, C, Coach und dann den ersten anrufen. Das ist sehr gut, dass du das sagst. Telefonbuch. Bei euch im Münchner Hinterland auf den Wiesen konnte sich die mitnehmen und niemand wollte die haben. Übrigens, dann schreibt er dazu, passend finde ich, Alternativ-Account. Alternativ-Account. Woran kann man erkennen, dass man eventuell ernsthaftere Probleme hat im Gegensatz zu Niedergeschlagenheit wegen der Corona-Situation? Ich muss aktuell gefühlt mindestens die Hälfte meiner Energie darauf verwenden, nicht ständig zu heulen und fragen mich, ob das nur wegen der Abgeschiedenheit durch Lockdown ist oder ob der Lockdown nur dafür gesorgt hat, dass was Tieferes rauskommt. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Da stellt sich mir tatsächlich als allererstes die Frage, ist das wichtig? Also wichtig wäre mir jetzt, wenn ich in einem Gespräch mit dir wäre, was ich leider so jetzt nicht bin, zu gucken, wie geht es dir, wie fühlst du dich und dann ist es doch egal, warum. Also offensichtlich geht es dir im Moment wirklich schlecht und du bist extrem gestresst und dann ist es doch wurscht, was der Auslöser ist jetzt für mich, sondern dann sollten wir irgendwie eine Idee haben, was kannst du machen, damit es dir besser geht. Also ich habe jetzt an deiner Frage, die klingt für mich jetzt so ein bisschen, als wärst du beruhigt, wenn es wegen Corona wäre, weil dann hast du einen klaren Grund. Und dann kannst du sagen, okay, das ist jetzt nur deswegen und es geht dann ja wieder weg, wenn Corona weg ist oder so. Das spielt bestimmt mit rein, aber wenn es dir im Moment so schlecht geht, dass du wirklich leidest, dann such dir Hilfe und dann ist es, finde ich, egal, warum das so ist. Das heißt, ich verstehe das jetzt so rum, dass wenn man jetzt sagt, ja, Corona ist ja nur der Auslöser und Corona ist dann weg, dass dann diese Hoffnung offensichtlich jetzt hier besteht vom Alternativ-Account, dann ist es ja weg. Das kann ja auch gut sein. Also ich gehe davon aus, dass wenn jetzt jemand käme und würde sagen, haha, April, April oder Corona wäre weg, dann würde es dir natürlich besser gehen. Ich glaube, dann würde es dir nicht gut gehen, wenn jemand sagt, übrigens, Spessle gemacht ist alles Quatsch. Okay, es war ein schlechtes Beispiel, aber ohne Corona würde es dir auf jeden Fall besser gehen. Davon gehe ich auch aus, aber im Moment ist Corona da und im Moment geht es dir sehr schlecht. Und dann schau doch einfach, was du tun kannst, ob du dir irgendwo Unterstützung suchen kannst. Das muss ja nicht jedes Mal eine Therapie sein, so wie Alexander auch schon sagt. Das kann auch ein guter, erfahrener Coach sein. Das kann auch sein, dass es einfach vielleicht gut tut, in einer Facebook- oder sonstwas-Gruppe sich auszutauschen oder vielleicht doch öfter mal mit einer Freundin zu telefonieren. Oder ich sage das immer wieder gerne, weil das bei vielen Menschen nicht im Kopf ist, die Telefonseelsorge ist wirklich eine ganz tolle Sache, weil da rund um die Uhr jemand ist. Du bist anonym, niemand will deinen Namen oder sonst irgendwas wissen. Und es sind ausgebildete Menschen da und die hören dir zu. Genau, also eine Intervention muss jetzt ja nicht erst im April stattfinden, wenn es dir nicht gut geht. Und die Frage, ob du jetzt gerade in einer depressiven Phase bist, wenn es denn eine Depression ist, oder eine richtige depressive Erkrankung, die dann auch jemand so diagnostizieren würde, macht ja keinen Unterschied, weil die Symptomatik aktuell für dich genau die gleiche ist. Und wenn du sagst, dass du sehr viel weinen musst und dass es dir nicht gut geht, wäre jetzt so eine spontane Frage, die ich dir als nächstes stellen würde, wäre, ob du vielleicht auch schlecht schläfst. Das würde sich ganz gut dann immer zusammenfügen. Das ist ganz häufig der Fall. Oder man schläft ganz viel. Also beide Versionen gibt es und beides hemmt einen natürlich in seinem Leben. Und dann ist es genau, wie Sophia sagt, also gar nicht erst warten, wenn es blöd ist, dann was dagegen machen. Und vielleicht auch, auch das habe ich inzwischen immer wieder erlebt, dass man jetzt so mit einem Alternativ-Account hier in so einer Sendung sich öffnet und das mal schreibt. Aber wenn dann mal eine Freundin anruft und sagt, wie geht es dir? Dann sagt man, nö, total gut. Also ist ein bisschen nervig, aber mir geht es eigentlich, nö, alles gut. Wie ist es denn bei dir? Ja, so und dann, also wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, denen du vertraust, mit denen du sehr eng bist, dann kannst du das auch mal sagen, dass es dir schlecht geht und dann kannst du das mal jemandem erzählen. Allein das hilft schon, wenn du es nicht schon getan hast, mal zu sagen, ich muss irgendwie jeden Tag fünfmal weinen, weil ich das alles so schrecklich finde. Dann hat man so ein bisschen die Last von den eigenen Schultern runtergenommen. Also Alternativ-Account schrieb dann nochmal, ich weiß nicht, ob es ernster ist oder nur der Situation geschuldet, aber ich glaube, das ist damit beantwortet. Wenn es dir schlecht geht, dann hast du festgestellt, es geht dir schlecht. Ich finde, das klingt schon ernst, was du da beschreibst. Und dann muss es nicht schlimmer werden und man muss dann auch nicht warten. Also wir wissen ja alle noch nicht genau, wie schnell das jetzt alles mit dem Impfen geht und bis wann alles wieder auf normalen Status ist. Aber so April, Mai ist es wahrscheinlich. Und warum solltest du jetzt noch vier, fünf Monate warten müssen? Hier kommt was Interessantes, was ich auch immer falsch mache, aber das ist überhaupt kein, also das passiert einfach. Da bin ich gespannt. Der Unterschied zwischen Psychiater und Therapeuten. Da schreibt Kat Bluse dazu noch, ein Therapeut kann dir nichts verschreiben. Ein Psychiater ist dafür da, dir was zu verschreiben. Das stimmt jetzt so auch nicht, oder? Alexander, du kannst das so schön erklären. Also psychologische Psychotherapeuten sind Menschen wie Sophia und ich, Diplompsychologen oder auch Psychologen mit anderen Abschlüssen inzwischen, die eine Psychotherapieausbildung gemacht haben und dann Psychotherapie anbieten. Was psychologische Psychotherapeuten nicht können, sind Medikamente verordnen. Das ist in Deutschland so nicht vorgesehen. Das können nur Ärzte. Dass nur ein Psychiater Medikamente verschreibt, ist nicht ganz richtig. Es gibt auch sehr häufig die Konstellation, dass ein psychologischer Psychotherapeut mit dem Hausarzt, wenn man denn einen regelmäßigen hat, zusammen diese Therapie begleitet und betreut. Und dann kann der Hausarzt die entsprechenden Medikamente verschreiben. Und wenn es richtig gut läuft, spricht er auch mit dem psychologischen Psychotherapeuten. Man gleicht sich miteinander ab, ob denn die Medikation auch was bringt. Denn jedes Medikament hilft unter Umständen immer sofort. Ein weiterer Punkt, warum das wichtig ist. Ganz kurz noch den Punkt, dass er einmal vollständig ist. Es gibt gerade was, wenn man sagt, ich fühle mich so depressiv, ich bin müde, antriebslos. Es gibt körperliche Ursachen dafür. Das muss nicht immer was sein, was mit der Psyche zu tun hat. Schilddrüse zum Beispiel, das muss man immer auch einmal untersuchen. Auch deswegen macht es Sinn, immer wenn man eine Psychotherapie beginnt, sich einmal ordentlich vom Hausarzt durchchecken zu lassen. Und der letzte Satz, der Psychiater ist ein Arzt, ein Mediziner, der eine Weiterbildung gemacht hat. Und es gibt dann Psychiater, die auch Psychotherapie anbieten. Aber eigentlich müssen die dann auch im Idealfall nicht nur ihre Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie machen, sondern auch eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Dann sind es ärztliche Psychotherapeuten. So, das ist so die ganz ausführliche... Danke. Also ich finde, super erklärt, vielen, vielen Dank. Ich mache das immer so ganz kurz und sage, die, die Medizin studiert haben, dürfen Medikamente verschreiben, die anderen alle nicht. Ich finde, das hätte auch gereicht, aber danke. Nein, ich finde es sehr, sehr schön. Du, ich kann auch recht mal... Nein, mach das so. Also nachdem jetzt 40.899 Leute gefragt haben, ob ihr auf derselben Couch sitzt. Ich meine, wir sind ja hier nicht im Kinderfernsehen. Nein. Ach. Also das, was die Leute schon vermutet haben. Selbstverständlich haben wir dem Alexander ein Foto von der Couch geschickt. Und das hat er einfach dahinter gelegt. Also ich habe früh groß ausgedruckt und dann an die Wand gefreut. Solange der Tommy hustet. Ja. Der Hase, der beim Alexander sitzt, der ist nämlich eigentlich hier. Zauberei. Verrückt. Ah, hier schreibt Ralf Nausk. Ralf Nausk? Oder Ralf N. Auskammt. Ja, wunderschönen guten Abend, Ralf. Ah, du kennst ihn. Ein sehr guter alter Freund von mir. Der schreibt, Telefonseelsorge ist gleich Seelsorge, ist gleich Kirche. Was macht der Atheist und was ist deren Qualifikation? Was ist deren Qualifikation? So rum. Nicht die Qualifikation als Atheisten, sondern der Kirche, nehme ich jetzt mal an. Aber das stimmt so nicht. Also Seelsorge ist kirchlich, das stimmt. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch während meines Studiums dort gearbeitet und eine Ausbildung gemacht. Da war ich schon nicht mehr in der Kirche. Also du musst nicht in der Kirche sein, um dort arbeiten zu können, sondern die gucken nach anderen Dingen. Genau, also die Träger sind meist Kirchen dieser Telefonseelsorge. Aber es wird dir niemand im Gespräch sagen, du musst Rosenkränze beten, damit es dir besser geht oder nach deinem Vertrauen zu Gott fragen. Da kann man auch so ein Gespräch eröffnen, sogar mit, ich bin Atheist, wenn man das unbedingt schicken möchte, sondern da sitzen, wie du schon sagst, Psychologen, Sozialpädagogen, zum Teil auch fertig studierte Menschen. Also nicht Pfarrer? Nein. Da sitzt vielleicht auch mal ein Pfarrer, aber der sitzt da nicht als Pfarrer, sondern als jemand, der bei der Telefonseelsorge arbeitet. Und die Sektenberatungen liegen ja übrigens auch in Deutschland in Hand der evangelischen Kirche und die machen ja auch einen guten Job und also insofern nicht zu kritisch sein. Also die Telefonseelsorge, das ist eben unter anderem deswegen kirchlich, weil die Kirchen das finanzieren, muss man ganz einfach sagen. Das muss ja irgendwie, also die Leute, die da arbeiten, arbeiten zwar, ich würde sagen, zu 80 Prozent da ehrenamtlich, aber eben nicht alle und irgendwie muss das auch organisiert werden und das da unterstützt eben die Kirche. Daniel, Alternativaccount schreibt gerade, danke für die Antworten und sorry für den Alternativaccount. Ich wollte die Fragen anonym stellen, das ist total okay. Ja klar, logisch. Das ist nur ein sehr lustiger Titel, einen Alternativaccount Alternativaccount zu nennen. Ich finde es einen sehr, sehr, sehr guten Namen. Ja, ich auch. Und das ist völlig okay. Ja. Warum sagst du heu, heu, heu? Ja, weil hier natürlich auch untereinander jetzt natürlich, was ja sehr schön ist, sich wieder ausgetauscht wird. Es gibt keine Fragen mehr. Doch, 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 doch. Wir sind nur wieder hoffnungslos hinten dran. Was denken die beiden Psychologen zu dem Nichtreden, Tabuisieren über andere psychische Störungen? Depressionen sind nur die zweithäufigste Störung. Dennoch merke ich, dass seltener über die häufigeren Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen, Platz drei der Häufigkeit, sagt er, und Zwangsstörungen, vierter Platz gesprochen wird. Was denkt ihr dazu? Also so als wären Depressionen hip oder wie ist das jetzt? Also ich erlebe das jetzt nicht so, muss ich sagen, sondern ich höre oder lese relativ viele, die sich dazu weissern, dass sie eine Angststörung haben oder Panikattacken oder so. Also mein Eindruck ist das jetzt nicht. Bei Zwangsstörungen habe ich jetzt eher das Gefühl, da wird ein bisschen weniger drüber gesprochen. Aber also erlebe ich nicht so, deswegen habe ich jetzt auch keine Erklärung dafür, ehrlich gesagt. Also es gibt einen Unterschied von Depressionen zu anderen psychischen Erkrankungen. Da muss man einfach das mal auch beim Namen nennen. Also eine Major Depression ist eine tödliche Erkrankung. Deswegen finde ich es insbesondere wichtig, dass auch über Depressionen aufgeklärt wird, immer wieder. Denn bei einer wirklich ausgeprägten Depression steht der Freitod am Ende. Deswegen ist diese Krankheit sehr, sehr, sehr tückisch. Und das ist dann nicht jemand, der sein Leben nicht im Griff hat, sondern das ist eine Konsequenz der Erkrankung. Das wird gerne nicht so dargestellt, wie es ist. Und deswegen finde ich es mal wichtig, frühzeitig zu sagen, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwas Depressives, such dir Hilfe. Weil dann kann man da noch helfen. Ansonsten machen wir jetzt zum Beispiel hier unsere gemütlichen Abende, die wir ja wahrscheinlich noch ein paar Monate, Jahre weiter so machen werden. Und da werden wir natürlich auch über Angststörungen reden. Ich habe ja schon mal, glaube ich, in der letzten Sendung den Begriff komorbide benutzt, also dass psychische Erkrankungen zusammen auftreten und selten so eine ganz reine Lehre gibt. Und Angsterkrankungen sind auch etwas ganz, ganz Tückisches, weil Angsterkrankungen, wenn sie ganz belaufen Menschen sehr einsam machen, weil sie sich nicht mehr vor die Tür trauen zum Beispiel. Das ist ganz, ganz schlimm. Auch Menschen, die jetzt gerade Angst haben, sich anzustecken. Und wir haben ja auch so ein Klima der Angst im Moment so ein bisschen in unserer Gesellschaft. Ich habe das ja selber am Anfang der Pandemie bei mir auch erlebt, dass man so denkt, setze ich meine Ringe jetzt ab, wenn ich einkaufen gehe, weil dann kann ich mir besser die Hände waschen, wenn ich nach Hause komme. Dann ist da kein Virus. Also so Dinge, wo man einfach auch sagt, ich bin jetzt besorgt oder ängstlich und will jetzt auch nichts falsch machen, weil ich diese Krankheit nicht bekommen möchte. Das ist natürlich jetzt in der Phase für Menschen mit Angsterkrankungen gerade überhaupt nicht schön zu sein in ihrer Erkrankung. Und Zwangsstörungen sind immer so schambehaftet. Also auch darüber sollten wir sicherlich nochmal eine Sendung machen, weil viele Menschen sich darüber schämen, dass sie Zwänge haben. Waschzwänge, das wird ja gerne vertuscht oder dass man den Lichtschalter ständig an- und ausmacht. Das gibt es ja alles. Es wird manchmal in den Medien oder in den Filmen etwas überspitzt dargestellt, aber ganz so weit weg von der Realität ist das mitunter nicht. Und dann etwas, da bin ich ein bisschen demütig geworden. Wir haben irgendwann mal vor vielen Jahren in einem anderen Podcast, den ich gemacht habe, über Zwangsgedanken gesprochen im Rahmen von Zwangsstörungen. Und dann hat jemand hinterher nach der Sendung uns eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, Donnerwetter, jetzt bin ich Mitte 20 und ich habe immer gedacht, das ist alles völlig normal, was ich mache. Und ich habe jetzt das erste Mal erfahren, dass ich Zwangsgedanken habe und dass ich dagegen was machen kann, dass es gar nicht normal ist. Und ich leide da total drunter. Ich suche mir jetzt Hilfe. Vielen Dank, dass ihr darüber gesprochen habt, sonst hätte ich das nie erfahren. Also insofern, glaube ich, können wir den Autoren im Chat, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, weil ich so viel geredet habe, beruhigen. Wir werden auch über andere Themen noch reden, aber Depressionen finde ich halt ganz wichtig, weil Menschen im Zweifelsfall sterben daran. Und das finde ich ganz schrecklich. Bluestorm 144 schreibt, ich hätte tatsächlich eine Frage. Aber verrückt. Meine Azubine ist psychisch krank und hat Panikattacken und Depressionen. Sie ist beim Neurologen und ich nehme an in einer Psychotherapie. Die Corona-Situation ist für sie so belastend, dass die Attacken schlimmer werden. Ich habe jetzt das Problem, dass sie mich privat kontaktiert, wenn sie solche Phasen hat. Also auch spät und am Wochenende. Ich leide da darunter bei allem Verständnis. Wie kann ich mich da rausnehmen, ohne ihr zu schaden? Naja, also eigentlich musst du ja gar nicht da drin sein. Nein, das muss man ja, also du bist, also eigentlich solltest du das auch nicht sein, denn du bist ihr Auszubildender. Oder habe ich das ja, also ihr Ausbilder, sie ist deine Auszubildende, habe ich richtig verstanden. Ja, ist der Chef. Also du kannst nicht diese beiden Rollen vereinbaren. Das geht eigentlich gar nicht. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass du sie angesprochen hast, sondern sie hat sich bei dir Hilfe gesucht. Und das ehrt dich sehr, dass du dann sagst, okay, dann unterstütze ich dich da. Aber die Frage ist auch, was kannst du machen? Also was machst du dann, was nicht auch ein guter Freund machen würde oder sonst irgendjemand? Also scheinbar hat sie ja niemanden außer dir oder was ist der Grund, warum sie sich an dich wendet? Zweifelsfall, weil zugehört wird, oder? Also ich meine, es scheint so zu sein, als wärst du der Einzige, der ihr zuhören würde. Nehme ich jetzt mal an. Und du wahrscheinlich auch deswegen jetzt Hemmungen hast zu sagen, ich bin da jetzt nicht mehr, ich stehe da jetzt nicht mehr zur Verfügung. Weil, wer macht es dann? Also du könntest sie, andererseits merke ich jetzt gerade, sie meldet sich bei dir, du weißt aber nicht, ob sie eine Psychotherapie macht. Also das heißt, über was redet ihr dann? Sie ist bei einem Neurologen, steht da, und ich nehme an in einer Psychotherapie. Das ist ja für einen Chef auch okay. Er kann ja nicht jetzt sagen, sag mal. Nein, nein, du kannst als Chef nicht fragen. Darfst du auch nicht, bist du in einer Psychotherapie. Aber wenn sie sich bei dir dann meldet dauernd und quasi über ihre Probleme sprechen möchte, dann kannst du schon zum Beispiel als Chef auch fragen, ist es okay, wenn ich dich jetzt frage, ob du in einer Therapie bist oder so. Aber ganz ehrlich, ich finde, dass du als Chef nicht diese Rolle übernehmen kannst und sollst. Also auch nicht sollst, ja? Also nicht nur nicht kannst, sondern du solltest nicht. Nein, das ist, wie soll sich, das widerspricht sich ja auch irgendwie so ein bisschen. Also ich finde, das ehrt dich sehr und ich finde das toll, dass du offenbar so ein großartiger Chef bist und so empathisch und offen, dass sie sich bei dir meldet. Das ist ja auch ein Riesenkompliment und erst mal was richtig, richtig Gutes. Aber jetzt musst du zum einen dich schützen und zum anderen gucken, dass sie sich woanders Hilfe holen kann. Und du hast jetzt gerade zum Schluss gesagt, also auf jeden Fall auf dich selber aufpassen. Du hast nämlich ja auch geäußert, dass es jetzt an deine Grenze geht, dass du das nicht mehr kannst. Das ist spätestens der Punkt. Ich würde vielleicht den Zeitpunkt noch einmal adressieren wollen, an dem man das anspricht. Ich würde es dann nicht an einem Sonntagabend machen, wenn das bisher üblich war, dass sie sich melden, dann an dem Sonntagabend beziehungsweise sagen, sorry, bis hierhin und nicht weiter, sondern würde dann eher eine Situation suchen, vielleicht in der Firma oder in einer neutraleren Situation. Und das dann mal ansprechen zu sagen, dass alles, was Sophia sagt, ich fühle mich geehrt und es ist schön, dass du mir so vertraust, aber ich kann das gerade gar nicht mehr leisten und das ist jetzt auch nicht mehr gut für mich. Und unterm Strich kann ich dir auch gar nicht wirklich helfen. Und dass man dann nach einer gemeinsamen Lösung sucht und dann solche Dinge auch mal anspricht. Also dass man sagt, wie sieht es denn aus, wollen wir mal darüber reden, ob du eine Psychotherapie machst. Vielleicht kann man da gemeinsam was gestalten, aber eher auf so einer organisatorischen Ebene. Und eben durch Freistellung, Krankschreibung und solche Dinge, dass man da nicht explizit dauernd nachfragt, kann man das auch sehr unterstützen, dass das nicht schambehaftet ist. Aber du kannst halt nicht die Therapie für deine Angestellte übernehmen, das funktioniert nicht. Und wie ist das denn, also wenn, ich glaube, haben wir da schon mal drüber, ne, da habe ich glaube ich mit Mayri mal drüber gesprochen. Sag es einfach. Ja, dass es sein kann, dass Menschen, die halt eine Depression haben oder irgendwas in der Richtung, dann, wenn sie dann wieder jemanden gefunden haben, den sie sich öffnen und dann stark bemitleidet werden, dass das eigentlich gar nicht unbedingt immer hilfreich sein muss, sein kann, aber nicht muss, sondern vielleicht es sogar noch stärker macht, weil das dann sozusagen dieses Ding ist, womit die Person sich vermeintlich Aufmerksamkeit, Liebe oder irgendetwas einholt, in dem sie leidet. Das kann schon sein, käme jetzt auch so ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Also das klang jetzt für mich nicht unbedingt so, aber das ist natürlich auch möglich. Aber da muss man jetzt schon aufpassen, nicht, dass man jetzt bei jemandem, der sich öffnet, denkt, haha, der will doch nur Aufmerksamkeit. Also das ist wirklich sehr, sehr spezielle und ich glaube auch eher seltene Fälle, wo vielleicht noch eine Borderline-Störung obendrauf kommt oder irgendwas anderes noch dazukommt, dass sich das dann so hochschaukelt und es passieren kann, dass jemand dann immer mehr irgendwelche Störungen äußert, weil das eben die Möglichkeit ist, mit jemandem anderen in Kontakt zu treten. Aber das ist jetzt, würde ich es da, glaube ich, nicht so sehen. Aber ich denke auch, wenn du als Chef dich dann am Montag irgendwie mit ihr hinsetzt und sagst, pass auf, lass uns doch auch eben zusammen gucken, wo kannst du dich sonst hinwenden. Also du musst ja dich nicht nur abgrenzen, sondern dich auch entlasten. Und das wird wahrscheinlich nur gehen, wenn du sie irgendwie so ein bisschen aufgehoben warst. Also wie Alexander sagt, da kannst du helfen. Du kannst auch sagen, sollen wir jetzt irgendwie mal gucken, wo kannst du anrufen, wo kannst du dich melden. Ich finde, sowas kann man schon machen als Chef, aber du kannst nicht ihr Therapeut sein. Vielleicht noch um das, was Mairi angesprochen hat. Also es gibt das schon ein Stück weit, das ist wirklich aber Einzelfall. Da muss man sehr genau hinschauen. Es gibt natürlich so, das nennt man dann so stützende Systeme. Also das ist durchaus. Da sind dann aber auch schon ganz so richtig, wie Sophia sagt, dann immer so auch Anteile von Bindungsstörungen bei den Menschen mit dabei. Stützende Systeme, also das System um die Person rum. Genau, dass die dich stützen und damit dann aber auch vermeiden, dass das eigentliche Problem angegangen wird, das eigentliche psychische Problem. Also wenn ich immer alles nach außen lagere und ein System von Menschen um mich herum habe, also abstrakt formuliert, was mich dann trotzdem stützt und auch keiner mal, ich will jetzt nicht sagen böse konfrontiert, aber auch das mal anspricht und sagt, ich glaube, wir können dir eigentlich alle gar nicht mehr helfen, sondern du müsstest jetzt vielleicht nochmal anders dich umgucken. Das ist so ein bisschen das, was Mairi gesagt hat, das funktioniert. Und das ist bei Depressionen noch so eine andere Geschichte. Das erleben wir, da wird es dann sofort ganz transparent bei Alkoholkrankenmenschen zum Beispiel, wo alle wissen, dass jemand immer betrunken ist, aber alle helfen mit beim Vertuschen. Und dann ist der Ehepartner betrunken und die Ehepartnerin, oder wenn es die Frau ist, der Ehepartner ruft auf der Firma an und sagt, ja, die ist gefallen, die kann auch nicht zur Arbeit kommen und so. Das sind diese stützenden Systeme, die es dann auch nicht einfacher machen. Das gibt es in seltenen Fällen mitunter auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Also ich glaube, da muss man sehr, sehr genau hingucken. Ich glaube, es war im Gespräch mit Mairi. Ich glaube nicht, dass Mairi das Thema aufgemacht hat, aber ich weiß es nicht mehr genau. Nicht, dass das jetzt genau. Nordsternchen84 schreibt, guten Abend, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Gerne. Könntet ihr vielleicht mal auf das Thema Klinik und Tagesklinik eingehen? Das Thema hat einen schlechten Ruf. Es schreckt viele ab, wenn ihnen nahegelegt wird, weil sie meinen, dass sie ja nicht verrückt sind. Dabei hat es nichts damit zu tun. Mir zum Beispiel hat das sehr geholfen. Genauso. So kann man das sagen. Wir sind ja alle bekloppt in unterschiedlichen Ausprägungen. Und gerade eine Klinik oder Tagesklinik, was ist das? Man kann das auch anders formulieren. Und das machen viele Patienten auch gerade in Bezug zum Arbeitgeber. Haben wir gerade schon gesagt, die fahren dann auf Kur. So, das kann man auch genauso vermitteln. Und was passiert ist eben, dass man da Gruppentherapie hat, Einzeltherapie. Also ich spreche jetzt mal von einer psychosomatischen Klinik, so nennen sich die. Und da hat jeder auch ein Zimmer. Mitunter hat man ein Doppelzimmer. Aber man hat halt seine Therapiesitzungen, man hat Entspannungssitzungen. Man macht Sport. Auch das tut gut in vielen Belangen. Und ansonsten hat man aber auch Freizeit und geht dann an dem Ort, wo die Klinik ist, in die Stadt. Und geht abends auch mal ein Eis essen oder was auch immer. All das ist möglich. Und das hilft natürlich, weil da intensiv jemandem geholfen wird bei seinen Problemen. Und man ist auch ein Stück weit mal raus aus der Mühle. Und also bei Burnout liegt das sofort auf der Hand. Also eine Burnout-Therapie um 18 Uhr, wenn du aus dem Büro rauskommst, ist vielleicht nicht so effektiv, als wenn du mal drei Wochen lang eben nicht arbeiten gehst, sondern auf Kur bist. Und dann kümmert sich jemand um dich. Das ist sofort so. Und bei Depressionen oder auch Angsterkrankungen oder Essstörungen ist es genauso. Das sind ja keine Dinge, die mit einem Fingerschnipp und einer Pille weggehen. Und das ist aber häufig ein guter Ansatzpunkt, um sehr intensiv und sehr eng und sehr gut in eine Therapie reinzukommen. Und so ein Wendepunkt, wo man dann plötzlich auch feststellt, ich bin nicht alleine. Auch das ist so ein Aspekt. In einer psychosomatischen Klinik ist man meist so störungsorientiert in Teams. Da gibt es dann andere Depressive und andere ängstliche Menschen und andere essgestörte Patienten. Und quasi ab dem ersten Tag morgens in einer Vorstellungsrunde sieht man, guck mal, hier sitzen 20 Leute, denen geht es genauso wie mir. Ich bin gar nicht verrückt, sondern es gibt andere Menschen. Und allein das macht was mit einem und ist total gut, dass man das erkennen kann. Weil halt alle bekloppt sind. So ist das. Ich finde noch wichtig, das ist nicht so, dass du in eine Klinik gehst und danach ist alles gut, sondern der Klinik ist so, wie Alexander sagt, das ist der Wendepunkt. Das ist so ein Anfang, wo man sagen kann, ich setze jetzt mal alles auf Null. Ich bin jetzt woanders und ich fokussiere mich jetzt nur darauf, dass ich jetzt wieder stabilisiert werde. Und ganz oft ist es auch so, das ist da so ein strukturierter Ablauf. Und alleine das ist schon hilfreich, dass ich jetzt keine Entscheidung treffen muss. Was mache ich jetzt, wo gehe ich hin? Sondern da wird halt dir gesagt, so jetzt gehst du frühstücken, jetzt gehst du in die Therapie, jetzt gehst du dahin, jetzt hast du Pause. Und das ist einfach entlastend für ganz, ganz viele Menschen, egal welche Störung sie haben, dass sie das abgenommen bekommen und das alles strukturiert ist und sie sich einfach auf was anderes fokussieren können. Die Katharina Dolleschel, ich nehme an, ich spreche es richtig aus, sagt, ich gehe mit Borderline offen um, auch wenn ich von meiner Familie gesagt bekomme, dass ich das nicht tun soll, um zum Beispiel keine Probleme im Berufsleben zu bekommen. Ich denke aber, wenn ich viel darüber rede, das kann man jetzt natürlich so auslegen, wie viel ist viel, hilft das den Leuten, es wahrzunehmen und damit klarzukommen. Vor allem, weil Borderliner oft ja nur als die Anstrengenden, die sich Ritzen wahrgenommen werden. Wenn das bei dir so ist, dass das hilft, dann ist das eine gute Sache. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Was ist denn da die Gefahr dabei? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich viel darüber rede, da kriege ich natürlich, viel darüber reden ist für mich was... Viel klingt nach zu viel. Ja, für mich natürlich sofort nach zu viel. Warum, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, aber das ist vielleicht ich, der ich jetzt... Weil viel für dich immer zu viel ist. Weil viel für mich immer zu viel ist, außer bei Sachen, von denen ich viel haben will. Lego. Also, wenn man sagt, es wahrzunehmen und damit klarzukommen, ist ja was anderes. Eine Information ist jetzt nach meinem Verständnis was anderes als viel darüber reden. Versteht man, was ich meine? Oder ist das jetzt... Ja, ich würde mal sagen, in einer idealen Welt kann man immer über alles reden. Tatsächlich habe ich aber auch unschöne Seiten in meinem Berufsleben schon kennengelernt, wo Menschen dann auch stigmatisiert worden sind. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Ich glaube, was wichtig wäre, gerade bei einer Borderline-Störung oder generell bei Bindungsstörungen, also im Kontakt, im Umgang mit anderen Menschen, wenn da was schwierig ist, dass man vielleicht in der Situation, wenn das durchbricht, dem Gegenüber das auch mal mitteilt. Man muss ja nicht morgens in den Betrieb kommen und sagen, Guten Morgen, hallo, ich bin der Borderline-Mensch und ich gehe euch jetzt allen auf den Keks, weil das ist halt so, sondern natürlich macht das ja auch gar keinen Spaß, schwierig zu sein. Aber es kann natürlich helfen, im Kontext eins zu eins, wenn eine schwierige Situation entsteht, auch mal dann zu sagen, ich habe da ein Problem und das ist jetzt vielleicht gerade nicht gut gelaufen. Da kann das ja sehr hilfreich sein. Ich würde es ehrlich gesagt aus meiner Erfahrung aktuell immer noch in einem Bewerbungsgespräch mir gut überlegen, so etwas zu sagen. Wir wissen alle, dass es natürlich Gesetze gibt, die Menschen nicht schlechter stellen sollen, aber die Realität ist leider noch eine andere. Und wir wissen ja auch, dass man zum Beispiel mit einer diagnostizierten psychischen Erkrankung große Probleme hat, Beamter zu werden, was für Lehrer mitunter sehr schwierig ist. Also wenn ein Lehrer im Rahmen so einer Ausbildung mal irgendwann die Diagnose Depressionen bekommen hat, ist es fast unmöglich für ihn noch als Lehrer verbeamtet zu werden. Ist das, also ich frage das jetzt bewusst provokant, ist das gerechtfertigt? Die Wahrnehmung ist, da ist dann jemand, der ist unkündbar, für den müssen wir bis zum Rest seines Lebens irgendwie bezahlen als Staat. Und wenn wir uns da jemanden reinholen, wo die Gefahr besteht, dass der rausfällt, und dann bezahlen wir den trotzdem. Ach so, ich dachte, das ist so die Argumentationslinie. Das ist wegen der Erkrankung und nicht, also ne? Nicht, dass der mit den Schülern was Komisches macht, sondern rein die Dache, der könnte irgendwann chronisch krank werden, der könnte früh berentet werden, dann müssen wir für den bezahlen, dann hat er nicht seine Zeit. Und der ist halt Staatsbeamter und das kostet dem Staat dann zu viel. Also nicht, also rein formal Krankheitstage kosten. Das ist ja eklig. Ja, genau. Also deswegen. Franzi Seibel schreibt, entschuldigt, wenn ich da immer so recht emotionslos direkt immer reingrätsche, aber es ist wirklich relativ viel immer wieder. Franzi Seibel, wie erlebt ihr das, dass introvertierte Menschen in einer eher extrovertiert orientierten Welt gleichgesetzt werden mit Personen, die unter sozialen Phobien leiden? Klar kann das zusammen auftreten, aber brauchen wir denn mehr Aufklärung darüber, dass beides introvertierte und extrovertierte Menschen ganz normal ist? Ich hätte jetzt einfach Ja gesagt, aber ich habe das so noch nicht wahrgenommen, dass das so ist. Jein, also das kommt, glaube ich, auch immer darauf an, in welcher Umgebung befindest du dich. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass in der Schule es zum Beispiel introvertierte Kinder schon allein deswegen schwerer haben, weil sich irgendwann die Noten zur Hälfte aus der mündlichen Mitarbeit zusammensetzen und wenn ich vom Typ her einfach so bin, dass ich da eine sehr, sehr große Hemmschwelle habe oder einfach das nicht so kann, dann bin ich da leistungsmäßig schon in Anführungszeichen benachteiligt. Aber das ist in einem anderen Kontext dann wieder ganz anders. Also deswegen denke ich, also jeder Mensch, der ein extremes Persönlichkeitsmerkmal hat, wird in Situationen geraten, wo das jetzt halt gerade nicht so gut passt und deswegen sich benachteiligt fühlen oder vielleicht auch tatsächlich benachteiligt sein. Aber meinem Empfinden nach ist es eigentlich nicht so. Also man könnte auch sagen, Extrovertierte haben ein Problem, weil denen gleich gesagt wird, du hast ja ADS oder was. Also ich kann mich jetzt an beides erinnern. Aber wenn du das Gefühl hast, dass da mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, dann überleg doch mal, ob du das vielleicht in irgendeiner Art und Weise tun kannst. Ja, oder mit sich, also es muss ja dann was mit der Person selbst wohl. Ja, oder einfach mal schauen. Ich kann mich erinnern, es gibt so Comics, die was mit Introvertiertheit zu tun haben. Wenn ich, falls ich irgendwann draufkomme, was es war, vielleicht kann man das beim nächsten Mal als Link reinstellen. Die fand ich großartig, weil die das so schön erklärt haben, wie die Welt für Introvertierte ist. Und ich da auch dachte, ach wie schön, dass jemand was für diese Menschen macht und die sich verstanden fühlen, weil die natürlich oft das Gefühl haben, ich bin alleine, weil sie eben nicht nach außen gehen mit dem, was sie haben. Dabei gibt es ganz viele, die alleine sind. Dabei gibt es ganz viele. Also das ist natürlich tatsächlich ein Problem von introvertierten Menschen, dass die sich nicht so leicht finden wie die Introvertierten. Das ist bei mir manchmal auch tagesformabhängig. Also es gibt auch Abende, wo ich irgendwo bin unter Menschen, also jetzt nicht in den letzten neun Monaten, aber es gibt auch so Momente, wo ich auch einfach merke, ich kann jetzt gerade mal nicht so andocken oder ich bin müde oder nicht gut drauf oder so. Da kann ich furchtbar introvertiert und furchtbar unlustig und furchtbar still sein. Und dann ist das auch mal so. Und umgedreht bin ich da ein bisschen weiter, als ich das früher war. Als wir angefangen haben, Hörertreffen zu machen von Huxilla, haben wir dann immer uns getroffen in irgendwelchen Kneipen. Und dann waren da, weiß ich nicht, 20 Leute, 30 Leute. Und ich war dann immer bemüht, mit allen Menschen zu reden. Und da gab es dann auch durchaus mal introvertierte Hörerinnen und Hörer, die zu so einem Hörertreffen gekommen sind oder die im Asperger-Autismus-Spektrum gelegen haben. Und dann habe ich mit denen versucht zu sprechen. Das war dann eher so ein nicht ausuferndes Gespräch, also nicht unnett, aber es war halt kurz oder es kam nicht so viel. Oder ich hatte den Eindruck, dass das nicht so richtig in Gang gekommen ist. Und da hatte ich dann am Ende des Abends, am Anfang immer so das Gefühl, das ist total schade. Jetzt habe ich, also die kommen extra zu so einem Hörertreffen und die wollen dich kennenlernen und dann sprichst du mit denen und dann kommt aber nicht so richtig ein Gespräch hingegang. Dann sind die doch bestimmt furchtbar enttäuscht. Und ich habe dann drei, vier Mal nach solchen Situationen gerade von diesen Menschen eine lange E-Mail dann bekommen, ein, zwei Tage später. Und dann haben die gesagt, dass sie das total toll fanden und das war so schön und sie haben sich so gut unterhalten gefühlt und dass ich auch noch mit ihnen gesprochen habe. und ich sei ja noch viel netter, als sie das erwartet haben. Dann habe ich gemerkt, dass der Bedarf einfach unterschiedlich ist. Der eine will eine Stunde bespaßt werden und dem anderen reicht ein Hallo und das Gefühl zu haben, der hat mich einmal wahrgenommen als Mensch. Der hat mit mir gesprochen und ich habe das Gefühl, der ist nicht total doof. Das reicht mir dann in dem Moment und mehr will ich gar nicht haben. Und es hat eine Zeit gedauert, das zu verstehen. Damit kann ich besser umgehen und das habe ich gelernt. Aber man hat manchmal auch selber so Vorurteile, intern gut gemeinte Vorurteile. Ich muss jetzt jemanden voll kippen, wenn der kommt, damit er glücklich ist. Und manchmal wollen das Menschen gar nicht, sondern die sind mit weniger zufrieden und ein bisschen introvertierter. Ich bleibe immer daheim. Machst Faxen vor der Greenscreen. Funky Francie schreibt, Was haltet ihr von dem Konstrukt inneres Kind? Es gibt ja eine Reihe Bücher, das Kind in dir muss Heimat finden oder das innere Kind heilen. Was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Weiß da wer von euch was drüber? Ich habe keils von diesen Büchern gelesen. Ich auch nicht. Und insofern... Kannst du mit drei Sätzen noch mal ein bisschen mehr zu dem Konzept schreiben? Soll das heißen, man muss sich erlauben, als Erwachsener noch Kind zu sein? Oder heißt es Konflikte aus der Gegebenheit? Ich glaube, ich bringe... Warum auch immer bringe ich das so ein bisschen in Zusammenhang mit so nicht so richtig psychologischen Sachen, sondern eher so spirituell. Spirituell. Ich weiß nicht so genau. Wir werden mal sehen. Vielleicht kommt ja noch mal was. Also tut mir leid. Ich kenne den Titel natürlich. Es hat mich zu wenig interessiert. Und deswegen weiß ich nichts dazu. Hermit schreibt, ich wiederhole die Frage. Okay, vielleicht kommt sie irgendwann durch. Ich merke, wir haben einen Stau. Kann ich depressiv sein oder Burnhout haben, obwohl ich beruflich funktioniere? Ja. Nächste Frage. Definitiv. Das ist das Gefährliche daran. Ich weiß auch mal was. Das ist ja das Schlimme. Ja. Das kannst du definitiv. Ganz, ganz schlimm ist das. Ganz, ganz schlimm sogar. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Weil du bist in dieser Mühle drin. Und du kannst in diesem Hamsterrad eigentlich gar nicht mehr laufen. Und du tust es aber trotzdem. Und häufig ja aus dem Gefühl heraus, ich verliere meinen Job. Oder ich kann meine Familie nicht ernähren. Ich kann die Miete nicht mehr bezahlen. Oder sonst irgendwas. Und das macht ja diese Situation überhaupt gar nicht besser. Und was du an Energie brauchst, um einen normalen Arbeitstag zu schaffen, das ist immens und einfach eigentlich unfassbar. Und trotzdem schaffen es so, so viele Menschen mit Depressionen und Burnout, das hinzukriegen. Und im Nachhinein denkt man sich, wie kann das überhaupt möglich gewesen sein? Hier kommt noch mal was hinterher übrigens zu diesem Freundin mit Borderline, aber von jemand anders. Ich hatte mal eine Freundin mit Borderline, die halt diagnostiziert war. Bei allem, was war, das können wir natürlich jetzt nicht beurteilen, was war. Bei allem, was war, ist das immer. Ja. Ich bin erfasst allem. Bei allem, was war, hieß es als Entschuldigung, ich bin Birdie, ich darf das. Das ist natürlich jetzt total subjektiv. So wie das da steht. Ja, das ist so, wie wenn man sich streitet und sagt, du machst immer und du hast nie. Und ich verstehe aber, was du machst. Mach ich nie. Mach ich nie. Und was dahinter steckt. Also, dass dich das einfach wahnsinnig genervt hat. Und da sei es dir erlaubt zu sagen, bei allem kam das. Denn für dich gefühlt war es alles. Es war vermutlich fast alles. Abdul Al, Entschuldige, wenn ich dich unterbrochen habe. Abdul Al-Hazred, wird das irgendwo als Podcast hochgeladen? Es gibt ja Pläne. Alexander, du bist ja im Hintergrund fleißig. Vielleicht kannst du das kurz mal zusammenfassen, was euer perfider Plan ist. Alexander ist sehr, sehr fleißig und ich habe ein schlechtes Gewissen. Das reicht eigentlich dann schon. Gut, nächste Frage. Nein, Alexander, vielleicht. Also, das Podcast-Imperium ist in Planung. Wer jetzt gerade, wem jetzt gerade langweilig ist, der kann mal in meine Twitter-Biografie reinschauen. Da sieht man schon, dass es zum Beispiel ein Twitter-Account wird. Du meinst, jetzt gerade ist jemand langweilig hier. Super. Ja. Nachher. Also, wir haben einen Twitter-Account. Wir sind dabei, eine Homepage zu machen. Wir werden, das haben wir, glaube ich, mehrfach in anderen Formaten, ich glaube, hier haben wir das noch nicht gesagt, angekündigt. Die Idee ist tatsächlich, alle bekloppt, auch als Podcast zu veröffentlichen. Aussage 1, das kriegt eine eigene Homepage, das kriegt einen eigenen Podcast-Feed, der dann überall, wo es Podcasts gibt, also wo es nicht bei drei auf den Bäumen ist, kann man sich das dann runterladen, die Audiospur. Und weil wir natürlich irgendwann nur noch hier auf Twitch rumhängen und lustige Sachen und schöne Sachen mit euch gemeinsam machen, was furchtbar viel Spaß macht, aber dann sind wir auch an dem Punkt, dass wir die Miete nicht mehr zahlen können, weil von irgendwo muss ja Geld auch herkommen, haben wir uns überlegt, dass alle bekloppt auch eine Patreon-Seite kriegt, sodass ihr dann sagen könnt, wenn euch das gut gefällt, da schmeiße ich einen Euro in den Hut rein im Monat, damit Sophia und Alexander das weitermachen können und damit Tommy auch noch was zu essen kriegt zwischendurch. Dann könnt ihr das Format bei Patreon unterstützen und das planen wir alles gerade und da erstellt Sophia ein paar Inhalte und da wird es auch demnächst noch ein paar Grafiken geben, dass wir das alles grafisch ein bisschen unterfüttern können mit Logos und so. Ja, ja. Und wenn ich das dann alles habe, dann schalte ich das alles rein. Ich verstehe. Alles klar. Jetzt hat übrigens Jette Habibes nochmal ein bisschen genauer gesagt, ich hatte eine Freundin mit Borderline, bei allem was war ich jetzt als Entschuldigung, ich bin Borderline, ich darf das, ich habe mich aufgrund einer kurz zuvor abstinent gewordenen Suchtproblematik, Gratulation dazu übrigens, schnell getrennt, mache mir da aber noch Vorwürfe teilweise, dass ich nicht mehr zur Seite stand und die Frage ist, habe ich damals richtig gehandelt, mich rauszunehmen? Das ist schon sehr viel hilfreicher für mich. Ich gehe davon aus, dass das dann richtig war. Also ich meine so, wir können das vermutlich nicht so ganz sicher sagen, aber das klingt sehr danach, als hättest du da sehr selbstverantwortlich gehandelt. Und also aus einer Sucht rauszukommen, das ist schon ein ziemlicher Kraftakt und da hast du sehr, sehr gut auf dich aufgepasst. Das finde ich super. Okay. Genau. So, introvertiert, extrovertiert. Das finde ich übrigens wieder mal ein ganz großartiger, ganz großartiger Chat, also wie ihr so füreinander da seid und euch gegenseitig Sachen erklärt und wie Leute aus ihrer Erfahrung sprechen, das ist wirklich toll. Also auch hier nochmal an die beiden Dippelpsichs, ihr müsst das nachher durchlesen. Das ist wirklich großartig. Dann hat irgendwie vor subjektiv empfundenen 40.000 Stunden Little Maya 5 Stufe 1 Abos verschenkt. Vielen Dank. Ui. Super. So, ja genau. Das sind schöne Erklärungen auch. Dein Akku ist eben schneller leer und so weiter. Das innere Kind heilen, schreibt der Doc, ist eine häufig genutzte Metapher in der modernen KVT. KVT? Kindheit. Kassenver... Ja, ist das die kognitive Verhaltens... Therapie? Kognitive Verhaltenstherapie arbeitet mit innerem Kind? Wenn Menschen mit belastenden Kindheitserinnerungen umgehen lernen müssen, weil sie langfristig negative Folgen auf ihr Erwachsenenleben haben. Das innere Kind heilen, das klingt für mich schon wieder nach Freud, aber muss es ja nicht sein. Also ich kann da nichts zu sagen, weil ich das jetzt nicht kenne, das müssten wir dann wirklich uns mal anschauen und das aufbereiten, das wäre jetzt Blödsinn darüber zu reden. Hier kommen jetzt so ein paar Beiträge dazu. Das ist eine Wissenslücke von uns. Also grundsätzlich klingt das nach einer gar nicht so schlechten Idee und inneres Kind heilen klingt jetzt auch erstmal nicht verkehrt, aber wie der Alexander schon sagt, wir wissen da einfach zu wenig darüber. Wir können jetzt nichts sagen. Ja, Anregung für die nächste Sendung. Wäre schön, wenn die aktuell zum Thema stehende Frage mit im Bildschirm stehen würde, gerade wenn die Antworten lange sind. Das machen wir in dem Moment, wo wir ein Team haben und ich nicht alleine bin. Also ich meine, ich bin ja nicht allein, ich habe ja Moderatoren und so weiter, gar keine Frage, aber das ist jetzt im Moment einfach... Aber die Idee ist eine gute Idee. Und wenn der Kanal hier größer ist und ich Hilfe habe, hier neben mir sozusagen, dann machen wir das alles, dann machen wir das alles ganz anders. Gastronomie, das ist ja ich schon wieder. Beim inneren Kind geht es grob darum, dass man in der Kindheit eine seelische Verletzung erlitten hat und quasi mit dem Kind Kontakt aufnehmen muss, um die Verletzung zu heilen. Das geht in richtige Richtung. Psychische Erkrankungen hat ihren Ursprung in der Kindheit und müssen erst ergründet werden, um sie bessern zu können. Das ist doch das Freud-Ding, oder nicht? Nein, das ist das tiefenpsychologische Ding. Aber Tommy, lass uns das doch vertragen, weil wir können immer und immer wieder nur sagen, wir kennen uns nicht aus, wir wissen nicht genug darüber. Okay, kein Problem. Aber ich werde mich informieren. Was halten die beiden Dippelpsychs von neurolinguistischer Programmierung? Ich weiß, warum du lachst und darfst nicht sagen. Alexander, kannst du irgendwie halbwegs freisprechen? Das Konzept der neurolinguistischen Programmierung ist ein Konzept, was wenig evidenzgeschützt ist, was im Wesentlichen dazu dient, dass Trainer sehr, sehr viel Geld in sehr, sehr langen Workshops verdienen. Das klingt alles auf der Augenschein-Ebene sehr gut und es geht ja im Grunde genommen ganz einfach darum, dass die Sprache formt und die Sprache Beziehungen bindet und verbessern kann. Ganz kurz gefasst, es ist aber kein evidenzbasiertes Konstrukt und insofern finde ich, dass eine Sprache grundsätzlich immer wichtig ist und dass der Kontakt zwischen Menschen immer wichtig ist, aber man sollte sich überlegen, ob man da 200, 300 Stunden jemanden bezahlt, um einem sowas beizubringen. Also man kann sich ja so ein Buch kaufen und da mal reinlesen und dann schauen, ob einem da irgendwas gefällt davon und das… Ja, oder dass man sich dessen bewusst ist, es gibt ja Leute, die das recht offensiv versuchen einzusetzen und mein persönlicher Eindruck ist, dass das oft recht platt ist. Vielleicht nur für mich, der ich mich viel mit solchen Dingen beruflich beschäftige, aber… Ich sag mal so, wenn jemand diesen Workshop besucht hat oder sich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt hat und das versucht, in seinem Leben umzusetzen, fällt mir das auf und dann ist dieser Mensch nicht mehr authentisch. Und das führt eher nicht dazu, dass ich ein besseres Bindungsverhalten zu diesem Menschen habe, sondern eher das Gefühl habe, dass ich… Ich möchte jetzt gehen. Ja, exakt. Ja, die Kunst ist ja, es so perfide einzusetzen, dass es das Gegenüber nicht merkt. Genau. Also nochmal 400 Stunden Kur. Da musst du dann halt die, genau, den dritten, vierten, fünften Workshop noch dazu buchen. Also es hat schon, ja, und genau das stimmt, was du sagst, Alexander, ist man, man, oder ich, oder ich glaube, die meisten Menschen merken das halt recht schnell, vielleicht nicht, dass man sagt, oh, da hat jemand einen LLP-Workshop besucht, sondern dass man sich sagt, warum benimmt der sich jetzt gerade so seltsam? Und im vierten Kurs lernt man, ja, erst lernt man dann irgendwie im zweiten Jahr, dass man eben auch lächeln soll, im nächsten Jahr kommen dann die Augen noch mit dazu, ja, also das hat… Leitplankerl schreibt, wird es später… Das ist ein schöner Name. Ja, übergeordnete Themen geben oder bleibt es bei offenen Fragen? Es bleibt zumindest in diesem Ding hier bei offenen Fragen. Es mag vielleicht sein, dass wir für Patreons eventuell, aber da wird gerade exzessiv drüber geredet, irgendwie so eine Möglichkeit schaffen, ob man das irgendwie mit anbannen kann oder anders irgendwie noch umsetzt und so weiter, aber das ist alles noch… Also du meinst wahrscheinlich, war das jetzt so ein bisschen ein Durcheinander-Anfragen? Ja, aber das, ehrlich gesagt, das ist zumindest das, was mir an diesem Ding hier gefällt, weil ich nie weiß, wann das Nächstes kommt, das mag ich und weil die Leute dadurch die Möglichkeit haben, einfach mal irgendwas rauszuballern und andererseits ist es so, wenn wir jetzt komplett nur ein Monothema behandeln würden, was man ja im Rahmen eines anderen Talks durchaus mal machen kann, was wir beim Ferngespräch ja auch machen und so weiter, da finde ich, kommen dann die Anliegen der Einzelpersonen, sind dann eher störend und ich habe dann aber immer das Gefühl und denke, oh Gott, da muss ich aber drauf eingehen und gerade in dem Thema, in dem wir uns jetzt hier befinden, halte ich es persönlich für besser, wenn man reagieren kann. Und wir können ja erstmal das so machen und wenn dann irgendwann alle Fragen aus dem Chat mal beantwortet sind und das sehr, sehr langsam und ruhig wird, dann kann man sich immer überlegen, ob wir mal… Dann denken wir uns eigene Fragen aus. Genau, ob wir dann sagen, Mensch Sophia, erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über Angsthörungen und dann kann Sophia mir eine Frage beantworten. Aber ich finde das jetzt gerade auch ganz schön, dass es so liebhaft ist. Mimbutzki hat mich getaggt. Ich wurde gebeten, die Frage anonym zu stellen. Danke dafür übrigens, Mimbutzki, dass du heute wieder für uns da bist. Ja, danke. Ich fühle mich gut aufgehoben. Unter großem Stress neige ich zu Gewaltausbrüchen gegen mich selbst. Das führte schon zu einer gebrochenen Hand. Gerade merke ich an mir, dass mein Stress wieder ansteigt. Wo kann ich am besten Hilfe finden und welche? Ich würde tatsächlich, weil das… Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie sehr du dich da verletzt. Eine gebrochene Hand. Also ob man jetzt da schon in eine Ambulanz sich begeben sollte und mal gucken. Was ist eine Ambulanz? Wenn du das so sagst, Ambulanz, das ist erstmal so ein Wort. Du kannst einfach, wie jeder andere Mensch auch, wenn irgendwas Schlimmes ist, sagen, ich fahre jetzt in eine Klinik und stelle mich da in der Ambulanz vor und sage, hallo, ich brauche jetzt Hilfe. Okay, also nicht nur wegen der gebrochenen Hand, dass wir das mal klarstellen, sondern weil du sagst, Hilfe, ich habe Gewaltausbrüche, jetzt ist mir gerade zum Beispiel das passiert. Ob das jetzt so dramatisch ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die Möglichkeit gibt es. Du kannst natürlich zu einer Klinik fahren und sagen, hier bin ich, ich habe ein sehr großes Problem und bitte sagen Sie mir jetzt, wo ich hingehen kann oder schicken Sie mich irgendwo hin, wo mir geholfen wird. Ansonsten, also klingt es für mich, als bräuchtest du schon eine körpercheitische Anbindung. Um das kurz eins vorhanden ist, kann ich sehr gut mir vorstellen, wenn der Stress groß ist, dass du einfach mal gegen die Wand boxt, weil du einfach den Druck loswerden willst, weil du dich gerade so sehr ärgerst, so sehr gestresst bist, dass du einfach mal gegen eine Wand, einen Türrahmen, gegen einen Schrank boxt und wenn du da einfach sehr viel Energie reinsetzt, weil du gerade sehr, sehr unter Stress bist, dann kann es passieren, dass du dir die Hand brichst. Das ist jetzt... Aber du hast schon da nicht Gewaltausbrüche? Also es klang... Gegen ihn selber, hat er gesagt. Also würde ich jetzt so interpretieren, dass das eher so ist. Und um es noch ein bisschen zu konkretisieren, was du sagst, Sophia, man kann natürlich einfach schauen, man muss jetzt nicht in die Notfallklinik generell fahren, sondern man kann, wenn man das möchte, das noch ein bisschen strukturierter machen, nach einer Psychotherapie-Ambulanz schauen. Die allermeisten großen Krankenhäuser haben nämlich so eine dezidierte Psychotherapie-Ambulanz und da gibt es Menschen, wenn man da einen Termin kriegt, das geht relativ schnell, dann hat man erst mal eine Stunde, zwei im Gespräch und kann viele Dinge auf den Tisch legen und ist dann auch sofort im richtigen Setting und ist bei Menschen, die dann auch sofort eine Diagnostik machen können und das dann rausnehmen. Also wenn es das ist, was ich jetzt sage, wenn es so ist, dass du sagst, du bist gewalttätig gegen anderen Menschen gegenüber, dann kann man auch mal generell vielleicht in eine Klinik fahren. Das wäre so die Frage. Aber das war ja als anonym an Min Butzki. Ich weiß nicht, ob du das nochmal machen möchtest, sonst nimm das mit aus dem, was Sophia und ich jetzt gesagt haben. Und das ist nicht gut. Ja, es klingt auf jeden Fall so, du hättest ja diese Frage jetzt auch nicht gestellt, also du brauchst bei sowas Hilfe, weil gerade Aggressionen sind wahrscheinlich, haben sich wahrscheinlich jetzt auch schon verfestigt und es ist so ein Verhaltensmuster, was du eben immer an den Tag legst, wenn du Stress hast und das wirst du alleine kaum auflösen können. Also gerade bei aggressivem Verhalten ist es sehr, sehr schwierig bis unmöglich, das alleine zu schaffen, meine ich. Also da braucht man Unterstützung. Ja, man kann ja nicht, also wenn es durch einen Job und Stress kommt, kann man ja nicht von heute auf morgen einen Job kündigen. Also dann könnte der Stress vorweg sein, aber bringt ja nichts. Ja, aber das, was dabei rauskommt. Hier kommt doch nochmal eine Frage zur Neurolinguistik. Ist denn da was dran? Elisabeth Wehling hat daran geforscht. Das ist auch die, die das Framing Manual für die ARD geschrieben hat. Ich erinnere mich, Dunkel, klingt eigentlich alles wissenschaftlich, auch wie sich die Erziehung auf die politische Meinung auswirkt. Naja, also ich meine, dass du mit Sprache massiv auf Menschen einwirken kannst, ist ja völlig klar. Also wie sonst. Das ist was anderes. Ja. Genau. Also Neurolinguistik ist was anderes als neurolinguistische Programmierung, NLP. Das ist auch ein geschützter Begriff. Da sehen wir schon, da geht es darum, dass ein Markenrecht da auch drauf liegt. Das ist was anderes. Na klar, ist Framing was. Ein schönes Beispiel, dass ich mich bis heute aufrege, ist eine Flüchtlingskrise, die wir niemals hatten. Es gab nie eine Krise. Es gab eine Krise in den Ländern, aus denen Menschen zu uns gekommen sind, aber dass die hier waren, hat keine Krise verursacht in Deutschland. Das war ein ganz, ganz schlechtes Framing, was alle Medien übernommen haben, was mich bis heute schwarz ärgert, dass das so gelaufen ist. Ingrim 93. Was würdet ihr empfehlen, wenn bei einem Erwachsenen, 27, seit Jahren von außen der Verdacht Autismus-Spektrum geäußert wird, teilweise von Menschen, die eine berufliche Kompetenz in diesem Bereich aufweisen? Ich habe dieses Jahr bereits einen Psychiater aufgesucht. Ich nehme jetzt mal an, du meinst auch wirklich dezidiert Psychiater. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich herausfinden möchte, ob die Vermutung stimmt oder ob ich mir Hilfe für den Alltag Therapie suchen sollte möchte. Dir da Gedanken dazu? Ja, also ich hätte welche. Ich weiß nicht, ob du erst mal... Mein erster Gedanke wäre jetzt, was denkst du denn? Ja, genau. Genau, das wäre ja auch mein Gedanke gewesen. Also, wenn die anderen dir das sagen, ist ja schön und gut. Also, wenn du sagst, ich komme soweit gut, klar, ich brauche keine Hilfe, ich habe mein Leben im Griff, dann ist doch wurscht, ob du irgendwo dich auf diesem Spektrum befindest oder nicht. Das, ja. Also, wenn es für dich selber, also nicht auf andere hören, ob die vom Fach sind oder nicht, sei auch mal dahingestellt. Ich finde das eher übergriffig. Also, ich kenne auch Ärzte, die natürlich sofort sehen, wenn jemand, sagen wir mal, adipös ist und das hat gesundheitliche Auswirkungen, aber nicht jeder Arzt, der jetzt nicht dein Arzt ist, geht dann auf dich zu und sagt, wollen sie mich mal abnehmen? Also, das ist, das macht gar keinen Sinn. Also, warum sollten dann Psychiater und Psychologen zu jemand sagen, ich glaube, du bist ein Autist, da solltest du dich mal diagnostizieren lassen? Finde ich eher übergriffig von den anderen Menschen, solange wie du mit deinem Leben gut klarkommst und du sagst, du willst es nicht wissen oder du bist dir unsicher, dann bist du dir halt unsicher. Ja, das ist eine Regel zu sein, die ich öfter hier, also auch schon beim letzten Mal eigentlich propagiert habe, dass ich gesagt habe, wenn du selbst das Gefühl hast, du hast ein Problem, handle. Ja. Ja, aber wenn du das nicht hast, also ich meine, wenn du jetzt die anderen gefragt hast um ihre Meinung, dann ist es natürlich okay, wenn sie dir das sagen, aber für mich klang es jetzt auch eher so, wie Alexander das verstanden hat, dass die, die so ungefragt geäußert haben und das finde ich, also wenn es ungefragt war, dann finde ich das irgendwie doch sehr seltsam und dann... Könnte natürlich auch sein, dass die Leute es ungefragt tun, weil sie das Gefühl haben, die Person braucht Hilfe, sieht es aber nicht, aber alles das ist jetzt, das kann man jetzt nicht... Schau, wie es dir geht, was du brauchst und dann ist es völlig egal, was die anderen gesagt haben oder nicht. Mimbutzki schreibt, also wieder von der anonymen Person, der Handbruch resultierte aus einem Schlag gegen die Wand, der impulsive Schlag geht aber auch gegen den eigenen Kopf, also... Ja, dann würde ich dringend dir raten, für dich selber, damit du dir selber nicht weiter wehtun musst. Also Psychotherapie, Ambulanz, du könntest sogar dir überlegen, wenn du das möchtest, das ist ein sehr großer Schritt, in eine Psychiatrie zu gehen, auch da kann man dir helfen, aber vielleicht da würde ich eine Psychotherapie, Ambulanz und da kannst du vorstellig werden, da sprechen Menschen mit dir und das würde ich dir empfehlen. Also wenn du, wenn du einen Schlag an die Wand machst und dir die Hand trägst und mit der gleichen Wucht oder einer ähnlichen Wucht an deinen Kopf schlägst, dann gefährdest du dich massiv. Und dann solltest du dir wirklich Hilfe suchen, mach das. Und das ist auch was, das kann man eigentlich ganz gut bearbeiten. Ja. Man kann dir da helfen. Und vor allem dann, wenn du ja schon selbst das Gefühl hast, das möchte ich jetzt so nicht länger. Ja. Das sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Voraussetzungen. Elwood Blues schreibt, bei mir wurde vor zwei Jahren, also als Antwort an Ingrim 93, bei mir wurde vor zwei Jahren Autismus diagnostiziert. Es hat mir selber gut geholfen, eine Diagnose in der Hand zu haben und für die Diagnose war ich beim Max-Planck-Institut in München. Aha. Das finde ich interessant. Also bei einem. Ja, also manchmal kann das oder oft kann das eine Entlastung sein, wenn man weiß, aha, das ist das und deswegen ist es so. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, ich brauche das gar nicht, dann brauchst du es auch nicht. Finde ich aber gut. Schöne Grüße an der Stelle an den Elwood. Ja, super. Dass er auch nochmal angemerkt hat, wo er die Diagnose hat stellen lassen, denn man kann das natürlich auch im Internet machen oder irgendwo an einer Milchkanne. Also man sollte dann, wenn man sagt, ich will das angehen, auch schauen, dass das was Seriöses und Zuverlässiges ist und ich beantworte diese 20 Fragen oder in der Brigitte bin ich Autist. Überspitze jetzt absichtlich. Ich wüsste überhaupt gerne, ob in der Brigitte dieser Test drin war. Ja, aber es ist. Vielleicht. Vielleicht. Weißt du, das ist, finde ich auch so eine Unart, diese Tests, die es überall gibt. Bin ich depressiv oder was auch immer. Kann das nicht so sensibel sein. Ist da in der Frauenzeitschrift mal drin gewesen. Aber kann das denn, also wenn das jetzt, es gibt doch halbwegs aussagekräftige, aber dann sehr umfangreiche Tests. Ja, das ist nicht in einer halben Stunde. Also das ist, das könnte er ja vielleicht, wenn er das mag, nochmal in den Chat schreiben. Das wird sicherlich eine längere Sache gewesen sein. Und wir lernen ja auch in den letzten Jahren sehr viel nochmal dazu in diesem Bereich Autismus und Asperger und all diese Dinge. Das heißt, das ist dann nicht in fünf Minuten getan. Also eben keinen 20-Fragen-Test. Und man wertet den in der Regel auch nicht selbst aus. Nein. Sondern das macht dann jemand anderes. Sehr gut. Man dreht da nicht den Bogen um auf den Kopf und zählt ab, sondern sehr, sehr guter Hinweis, Sophia. Sophia, du weißt ja, ich habe doch mal diesen einen Test da gemacht. Ich habe vergessen, wie das hieß, dieses Persönlichkeitsstruktur-Dings da. Und das hat mir in der Situation, in der ich damals war, schon geholfen. Auch wenn ich jetzt, vor allem dadurch, dass wir jetzt... Der würde gar nicht mehr stimmen, ne? Ja, genau. Es stimmt, seit ich mit dir zusammen bin, stimmt es nicht mehr. Ha. Das ist... Ja, ist doch schön. Ja, so ist es. Aber vorher mein... Klingt jetzt schön. Vorher mein gesamtes Leben. Also in dem Test jetzt mal ganz banal kam irgendwie raus, total... Wie war das? Also ich wollte ganz viel... Es ist immer autonom und alleine und muss alleine und will alleine. Und will niemand brauchen und will niemand um mich rum und bla, bla, bla. Und ja, das hat sich halt... Aber dir hat geholfen, dass jemand vom Fach dir gesagt hat, das und das sind ihre Ausprägungen auf diesen Test und das bedeutet das und das. Und du hast einfach gebraucht, dass jemand vom Fach sagt, du bist so und das ist eben so. Ja. Damit du dich nicht mehr rechtfertigen musst dafür. Ja, mein ganzes Leben lang immer das Problem gehabt, dass es dann hieß, Ja, aber jetzt komm doch mal dahin mit und jetzt sei doch mal hier und bleib doch mal hier noch und lass uns doch mal. Und ich fand es immer so furchtbar und habe immer das Gefühl gehabt, mir stimmt irgendwas nicht. Was heißt, was ist denn... Warum bin ich denn so scheiße dann immer so ab einer Stunde beim geselligen Zusammensein? Und das war so erleichternd. Ich weiß, das ist eine Kleinigkeit gegenüber all den Dingen, die jetzt oder vielen Dingen, die heute hier geäußert wurden. Aber für mich war das eine Erleichterung. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das jetzt ein Kreuzchentest war, ehrlich gesagt, sondern einfach mit einer Erkenntnis im Zusammenhang mit mir. Kreuzchentests sind ja auch nicht schlimm. Also der Unterschied zwischen einem Kreuzchentest beim Profi ist, dass das vervalidiert ist. Das heißt, das haben sehr, sehr viele Leute gemacht. Der ist geprüft worden, statistisch geprüft worden mit sehr, sehr vielen Menschen. Und da kann man sagen, mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit ist das, was bei diesem Test rauskommt, bildet es die Realität oder das, was gemessen werden soll, realistischerweise ab. Und das würde ich jetzt einen Beritte-Test mit 20 Kreuzchen. Und summieren Sie auf. Und wenn der Wert 5 ist, dann ist so. Und bei 10 ist so. Und über 15 ist alles vorbei. Bei 15 sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Bei diesen Tests kommt auch immer noch ein bisschen drauf an, mit welcher Fragestellung mache ich den? Also warum mache ich diesen Test? Na klar. Achso, ob ich bestätigt werden will. Ich wollte eine Erkenntnis. Und diese habe ich gar nicht. Ich habe diese Frage gar nicht gestellt gehabt. Das fand ich ja interessant damals. Aber gut. Chaos-Möhrchen. Das ist ja ein schöner Name. Top. Wie steht ihr dazu, dass Menschen mit psychischer Erkrankung in Arbeitsfeldern mit Menschen mit psychischer Erkrankung arbeiten? Also zum Beispiel als professionelle Sozialarbeiterin mit psychischer Erkrankung in der ASP, Gemeindepsychiatrie oder Pflege? Wenn das geht. Warum nicht? Naja, also das ist jetzt so eine... Das kann man nicht. Also die Frage ist, hast du gerade Symptome? Also bist du in einer schweren Depression und bist auf einer depressiven Station? Das lässt sich nicht gut vereinbaren. Dann würdest du deinen Job wahrscheinlich auch nicht gut machen können. Mit der Diagnose, dass man eine depressive Erkrankung hat, die aber behandelt ist und gerade eben gut symptomatisch funktioniert, gibt es da gar keinen Grund. Und was man natürlich feststellen kann, wenn ich sage Mann, dann meine ich mich mit meiner Lebenserfahrung, die sehr begrenzt ist und eher anekdotisch ist, ist, dass man natürlich gerade in so pflegerischen Berufen häufig Menschen hat, die dieses klassische Helfer-Syndrom, das ist auch kein wirkliche diagnostische Maßnahme, weil jemand, der eben helfen möchte, anderen Menschen sucht sich natürlich auch so einen Beruf aus. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man sich diesen Luxus leisten kann, auch auf den eigenen inneren Akku zu schauen, so wie es ja im Chat schon mal geschrieben worden ist. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die in dem Wunsch, für andere da zu sein, weit über die Belastungsgrenze ihres eigenen Akkus hinausgehen. Und jetzt ist es ja auch mal gerade in diesem Bereich der Pflege, der Altenpflege oder auch in Hospizen zum Beispiel, wo ja nicht nur alte Menschen sterben, sondern auch Kinder zum Beispiel sterben, sodass die auch manchmal gar nicht gut bezahlt werden. Weil ich manchmal meine, sage ich, meine ich eigentlich immer. Und das ist ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben. Also es gibt zu wenig Menschen, die werden schlecht bezahlt und das sind auch noch die, die sich dann aufopfern und irgendwann gehen die dann am Krückstock. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber grundsätzlich spricht meiner oder von meiner Seite aus überhaupt nichts dagegen. Also man kann mit einer psychischen Erkrankung alles machen. Wenn sie behandelt ist. Wenn sie behandelt ist. Wenn die Höhen außer Kontrolle ist. Genau, mit Höhenangst kannst du kein Fensterputzer im Hochhaus werden, wenn das nicht behandelt ist, die Höhenangst. Das ist klar. Du bist ein sehr mutiger Fensterputzer mit Höhenangst. Oder ein sehr langsamer Fensterputzer. Oder ein sehr langsamer. Aber ansonsten ist es halt so. Tashmetu, weil es ein Wortspiel ist, erkenne ich es nicht, könnt ihr ein bisschen was zur komplexen, posttraumatischen Belastungsstörung sagen? Mich würde zum Beispiel interessieren, ob, Schrägstrich, wie es überhaupt möglich ist, das diagnostisch abzugrenzen, da ja auch andere psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit belastenden Kindheitserfahrungen und Lebenserfahrungen entstehen können. Inwiefern wäre die Unterscheidung für eine Behandlung relevant? Ich habe kein Wort verstanden. Aber ich bin ja auch kein Fachmann. Also, das ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Völlig richtig. Ich bin sehr gespannt, wie du das jetzt kurz fasst. Gar nicht, wie immer. Leg los. Genau. Deswegen bin ich ja hier. Dafür muss man eine sehr ausführliche, sehr lange Diagnostik machen, in der Tat. Und das dauert. Und diese Diagnostik, die man macht im Rahmen der Psychotherapie, um das gut festzulegen, was eigentlich das Hauptproblem ist. Und typischerweise stellt man ja in diesen diagnostischen Gesprächen fest, dass es häufig eine Angststörung mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ist. Oder aus einer posttraumatischen Belastungsstörung hat sich eine Essstörung entwickelt oder ein selbstverletzendes Verhalten entwickelt. Da hängt sehr viel zusammen. Da muss man im Grunde genommen erstmal schauen, was ist das größte Problem, was muss behandelt werden. Und diese diagnostischen Gespräche, da gibt es Manuale für, die man durchgeht. Das dauert an die zwei Stunden erstmal. Und viele Symptomatiken von verschiedenen psychischen Erkrankungen sind erstaunlicherweise gut beschrieben inzwischen, weil man das seit vielen, vielen, vielen Jahren sich anschaut. Das ist nicht ganz so eigentlich. Beim gebrochenen Knochen räumst du und dann ist der Knochen gebrochen und dann ist der durch, dann ist der gebrochen. Bei einer Depression geht es schon los, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, da ist ein diagnostisches Kriterium, ist immer müde oder schläft nie. Und beides kann auftreten. Und beides kann ein Indikator für eine Depression sein. Und das zeigt schon, das ist total uneingängig. Also normalerweise würde man erwarten, wer depressiv ist, pennt immer. Es kann aber genauso gut sein, dass jemand, der depressiv ist, eben gar nicht mehr pennen kann. Und beides ist gleichwertig. Das heißt, da ist die Diagnostik sehr, sehr, sehr aufwendig. Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man sagt, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung, dann geht es natürlich darum, was ist denn das Ereignis. Das kann sexuelle Gewalt sein, das kann körperliche Gewalt sein, das kann psychische Gewalt sein. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, die einen Menschen traumatisieren können. Und davon ausgehend ist dann wieder die Therapie natürlich entscheidend. Also das wären meine 95 Cent zu diesem Thema. Und ja, das ist sehr, sehr komplex. Und da bin ich zumindest, ich sage wir, aber ich sage das, da bin ich gar nicht qualifiziert genug, da in die Tiefe zu gehen. Sondern dafür gibt es dann spezialisierte Therapeuten, die sich darum kümmern. Und die findet man dann jetzt wieder wie? Naja, bei den Belastungsstörungen sollte man gucken, was Lydia Benecke so sagte, dass man bei Traumatherapeuten, bei gewissen Traumatherapeuten nicht landet. Aber da kann man natürlich auch im Netz ein bisschen schauen. Ja, in diesem Fall tritt man ja nicht, also das ist ja gar nicht so schwierig, im Anführungsstrichen, da auf die Falschen reinzufallen, tatsächlich. Gerade in dem Bereich. Wir hatten schon mal über die Satanic Panic gesprochen zum Beispiel. Die Folge kann man sich mal anhören. Bei Hoaxilla oder anschauen, falls sie schon hochgeladen ist, bei YouTube Wild Mics. Sehr, sehr, sehr erhellend, dass Leuten jetzt in meinem Duktus, sage ich jetzt einfach mal, eingeredet wird. Sie würden, sie wären von satanischen Sekten missbraucht oder sonst was gewesen sein und dadurch deswegen jetzt diese Probleme haben. Und also, ja, ein sehr weites Feld. Man wird sicherlich dennoch einen Therapeuten finden. Ja, genau. Und ich muss jetzt nochmal sagen, vielen, vielen Dank, Alexander, dass du solche Sachen immer so wunderbar erklärst. Also ich würde es immer viel zu kurz oder viel zu lang machen und du machst es immer genau richtig. Das ist ganz, ganz toll. Und ich fühle mich super aufgehoben, weil ich weiß, du kannst es so wunderbar erklären. Ja, auch von meiner Seite hierfür vielen herzlichen Dank. Schön. Narenstein. Ich mache mal Feierabend. Narenstein ist auch, es klingt auch wie, ist das auch ein Wortspiel, was ich nicht verstehe, aber es klingt sehr lustig. Narenstein. Mein Name ist Dr. Narenstein. Ich grüße euch. Was bei mir das Problem war, also es geht jetzt hier um ein Statement, was ich gut finde, ist, dass man mit bald 50 nicht von sich denkt, dass man Asperger hat. Nicht mal der Psychiater kam auf die Idee und bekam eine Zwangsstörung, das diagnostiziert. Erst durch meinen Sohn und einen anderen Psychiater kam man bei mir auf Asperger. Von daher wäre ich niemandem böse gewesen, hätte jemand früher sagen können, dass da noch was anderes nicht stimmt. Also finde ich einfach als Statement mal hilfreich. Auch da ist wieder, glaube ich, jetzt, dass wir hier über solche Dinge einfach sprechen. Also jeder, der sagt, vielleicht bin ich das hier auch, der kann sich dann jetzt kümmern und hat vielleicht heute erfahren, dass er sich was Seriöses sucht, um dem nachzugehen. Denn ich finde, wir müssen einfach viel mehr in unserer Gesellschaft über solche Dinge sprechen. Und dann passiert das nicht mit 50. Und dann wären die letzten 20 Jahre vielleicht schöner gewesen. Naja, ich glaube, was er jetzt meinte, war auch das, was ich gesagt habe, was ich gesagt habe. Ich finde das eigentlich nicht in Ordnung, wenn man ungefragt jemandem da sowas sagt. Und du sagst ja jetzt quasi, hätte mir mal jemand das gesagt. Also beides ist mal wieder. Es ist nichts allgemeingültig und schon gar nicht das, was ich von mir gebe. Und insofern, natürlich gibt es Einzelfälle, wo das besser gewesen wäre, keine Frage. Narrenstein schreibt auch gerade, das finde ich irgendwie interessant, wenn ich das so lese, die richtige Diagnose bekam ich von der Frau Asperger, Tochter von Herrn Asperger. Guck mal. Gibt es, es gibt also. Da könnte man jetzt so als Eso-Tante ganz viel draus machen, glaube ich. Ja, don't. Aber du bist ja auch keine. Also wirklich jetzt, ich meine, Asperger ist ja nach einer Person, die Asperger heißt, benannt, nehme ich jetzt mal stark an, der oder die das entdeckt hat, oder? Und davon, die Tochter hat dich diagnostiziert? Oder ist das ein Witz, den ich nicht verstehe? Vielleicht ist es auch ein Familienname, den es halt, was ich meine. Ach so, dass es ein Zufall ist, das... Kann ja sein. Wir wissen es nicht. Narrenstein, wenn du möchtest, erkläre dich. Also, nein, nein, in dem Fall ist es, also der österreichische Kinderarzt Hans Asperger hat es beschrieben. Und vielleicht ist das die Tochter vom Hans Asperger. Das wäre denkbar. Was auf jeden Fall klingt, als hätte die eine Menge Ahnung. Der Doc sagt nochmal zum Thema ungefragt labern. Ja, ja, was sagt ihr zu Menschen, die anderen psychische Störungen unterstellen? Wie reagiert ihr? Ein Psychologiestudentin im zehnten Semester hat das mal meiner Mitbewohnerin gesagt. Sie ist 17 und sie hat das sehr verunsichert. Boah, das finde ich sehr allgemein. Das ist sehr unseriös hoch 10. Und es ist aber eine Frechheit. Das ist kein vernünftiger Umgang. Übergriffig und also wirklich völlig daneben. Ja, das waren die Psychologiestudentinnen und Studenten, mit denen ich dann hinterher im Studium auch nichts mehr zu tun gehabt habe. Weil ich da keinen Bock drauf hatte, auf eine Party mit denen zu gehen. Und dann fangen die an, irgendwelche Leute irgendwas vom Kopf zu knallen. Das hilft niemandem. Totaler Quatsch. Ich bin eher so derjenige, der Doktoren Sachen fragt. Ich glaube, das mögen die auch nicht so gerne. Aus dem Bekanntenkreis. Weißt du, Sophia, wie unseren lieben Saxophon spielenden Augenarzt, wo man eine Zeit lang immer mal so angerufen hat. Na, wie geht's? Na, wie geht's? Nein, wobei ich sagen muss, dass der explizit gesagt hat, wenn ihr eine Frage habt, meldet euch. Der wäre sehr sauer gewesen, wenn wir nicht gefragt hätten. Wenn wir nicht angerufen hätten, aber ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Ja, es gab mal eine Phase, da haben wir den sehr oft angerufen. Ja, also es gibt manchmal, um das zu sagen, also wenn man so ein bisschen diagnostisch vorgebildet ist, sieht man manchmal Dinge, die andere Menschen vielleicht nicht sehen oder sieht sie anders. Aber ich würde jetzt niemals ungefragt jemandem sagen, selbst wenn ich was sehe. Wenn es sich um etwas Lebensbedrohliches handelt. Dann immer. Bitte. Dann immer natürlich. Na klar. Also wenn ich jemanden mit einem schweren Stein auf eine Brücke zulaufen sehe, neben mir hier in Hamburg, dann würde ich schon nochmal interagieren. Auf einer Party, sag ich mal, jemanden, der keine Ahnung, nicht isst oder was weiß ich, was mir so einfällt. Die Arme verschränkt vielleicht. Oder die Arme verschränkt oder irgendwelche Zwangshandlungen. Die Arme verschränkt. Körpersprache, das war ein Gag. Das ist ein typisches Psychologen-Dings, ja. Gut, das weiß ich von typischem Psychologen-Dings. Die erst zwei Semester, die dann sagen, hier, der Typ da drüben, der hatte gerade die Arme so verschränkt. Das ist ja eine klare Abwehrhaltung. Sowas meinte ich. Ah, okay. Psychologen-Witze. Okay. Entschuldigung. Schlupf. Schlumpf? Nein. Schlupflochsystem. Ist das eine Frage oder der Name? Ich wollte es mal in den Raum werfen. Nein, das ist ein Name. Schlupflochsystem. Leute, ihr kommt auf Sachen. Großartig. Ist das eine Zahl dazu? Ja. Ist nur das, dieses eine Schlupflochsystem. Hallo. Das würde mich jetzt auch wundern, wenn es 23 Nutzer gäbe, die genau diesen Usernamen haben. Ich dachte jetzt so Schlupflochsystem 2000 oder so. Ist immer wieder so schön. Also auch der Alias kommentieren bis zu den Ohren und so. Das sind so schöne Sachen. Also, hallo. Ich komme aus Trier und wir hatten hier kürzlich eine schreckliche Amokfahrt, bei der fünf Menschen ums Leben kamen, mitbekommen. Unabhängig von dem konkreten Fall würde mich interessieren, wie es dazu kommt, und dass Menschen so ausrasten. Haben Amokläufer Gemeinsamkeiten oder ist da jedes Ereignis gesondert zu betrachten? Da hätten wir jetzt vielleicht auch die Lydia nochmal hierher zerren müssen, oder? Das ist eine Frage aus der Kriminalpsychologie. Und die kurze Antwort wäre ja, da muss man jeden Fall einzeln beachten. Und das muss man dann auch im Grunde genommen sehr ausführlich und sehr vernünftig tun, damit man eben Muster erkennt, die zu solchen Taten führen. Aber da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Muster. Das kann man nicht verallgemeinern. Verallgemeinern, nein. Entschuldige, wenn es manchmal solche Antworten gibt, übrigens an die ZuschauerInnen, das ist manchmal so. Das zeugt aber, wie ich finde, oder wie es auch ist, ich finde, wie es ist, das zeugt von Professionalität, wenn man an so einem Punkt ist. Es ist auch bei den wissenschaftlichen Runden, die wir haben, immer ein Zeichen von Erleichterung bei mir, wenn einer von unseren Leuten aber sagt, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich mal gucken. Und das finde ich immer sehr, sehr großartig. Also danke auch an euch beiden, wenn ihr das sagt. Denn das finde ich wirklich immer ein Zeichen von Größe und von Professionalität. Artemis Vintage schreibt, ich merke, wenn es mir schlecht geht, lege ich für mich selber Tarotkarten und entdecke dadurch, was mich beschäftigt, weil ich genau das sehe, was ich sehen will. Okay, das ist ein sehr, wie soll ich sagen, eine interessante Art, das zu machen, weil es wirkt, als wäre ich mit den Tarotkarten nicht so ausgeliefert, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich lege mal was, oh, mein Schicksal sagt, die Karte des Todes, sondern du nimmst das, um was über dich selbst zu erfahren, was dich beschäftigt, ich weiß nicht so recht. Wenn das funktioniert, warum nicht? Ja, alternativ Traumdeutung. Sophia, du weißt, was ich sofort im Kopf habe. Vielleicht finde ich es, habe ich das irgendwo noch? Das weiß ich nicht. Kannst du bitte was dazu sagen? Ich schaue fünf Sekunden, ob ich es finde. Ich kann überhaupt nichts zu Traumdeutung sagen. Nein, das ist deine Meinung dazu. Wiedersehen. Weil ich das, also wenn jemand selbst seinen eigenen Traum deutet, so wie du das mit den Tarotkarten machst, dann kann man das machen und kommt vielleicht auf irgendwelche Ideen. Das ist aber für mich ähnlich wie, keine Ahnung, frei assoziieren oder sowas. Also für mich hat Traumdeutung, das ist nichts Wissenschaftliches und das ist für mich einfach ja nichts, was ich als therapeutisches Instrument benutzen könnte oder würde. Aber wenn du für dich festgestellt hast, wenn ich mich an Träume erinnere und mir dann bestimmte Fragen dazu stelle oder mir die aufschreibe und dann sehe, was habe ich denn da aufgeschrieben und dann sagt mir das was über mich, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe es gefunden. Ja, vielleicht mag der Alexander noch was Fachliches beitragen, bevor du Unfug erzählst. Dafür bin ich hier da. Ja, ja, aber jetzt warte halt und lass den Alexander raus. Alexander, komm. Also. Wir lachen nicht über dich übrigens. Nicht, dass du, also Artemis Vintage, dass das klar ist. Das sind die Dinge in unserem Kopf. Das bist nicht du als Mensch. Um Gottes Willen natürlich nicht. Und jetzt leg los, Alexander. Solange wie das im Rahmen der Selbstreflexion dazu dient, dass bei dir Dinge klarer werden, ist das vollkommen unproblematisch. Also wenn man sagt, warum träume ich jetzt davon, dass mir, was weiß ich, das und das passiert. Was hat denn das für einen Bezug zu meinem Leben? Was läuft denn gerade in meinem Leben? Was ist da vielleicht gerade problematisch? Genauso wie mit den Tarotkarten. Wenn das dir hilft, sozusagen dich auf dich selber zu besinnen und zu reflektieren, warum es dir gerade nicht gut geht, finde ich das gut. Ich möchte aber einmal dann doch auch anmerken, dass du aufpassen solltest, zu viel Vertrauen in diese Karten zu setzen. Das hast du nicht geschrieben. Ich will es aber für die Gesamtheit nochmal sagen, weil man unter Umständen irgendwann auch dahin kommen kann, Entscheidungen von solchen Tarotkarten abhängig zu machen. Also zum Beispiel will ich nochmal auf ein zweites Date mit der Person gehen und dann legt man sich die Karten und lässt die Karten entscheiden. Und auch das kann ein reflektiver Akt sein, dass man eigentlich sich selber befragt, aber irgendwann kann das kippen und dann hat man irgendwelche Rituale und lässt irgendwas für einen entscheiden. Da solltest du nicht hinkommen. Das ist eine Gefahr, auf die man achten sollte. und ansonsten all das, was Sophia sagt mir, das hilft dir selber klarer zu werden. Ja, aber das ist nichts Evidenzbasiertes und nichts, was man irgendwie wissenschaftlich betrachtet. Also Artemis Vinti schrieb auch PS, nicht weil ich am Tarot glaube, was gut ist, sondern daran, dass ich unbewusst weiß, was mir fehlt. Ja, habe ich auch so verstanden. Ich würde es einfach nochmal an die Allgemeinheit adressieren. Und jetzt hier nochmal ganz klar, nur wenn ihr euch amüsieren wollt, nicht weil ihr eure Träume deuten wollt, aber wenn ihr euch wirklich richtig gut amüsieren wollt in einem, sage ich mal, grenzwertig psychologisch angehauchten Thema Traumdeutung, googelt mal nach traum-deutung.de. Ich habe mal eben einfach eingegeben Käse und bekomme, also Traum-Deutung die Rede. Ja, irgendjemand hatte von einem Käsebrot geträumt. Genau, Traumsymbol Käse, die psychologische Deutung, also das hier in Anführungsstrichen sehen. Psychologisch gesehen wird das Traumbild des Käse als weibliches Symbol angesehen, da ein Grundbestandteil des Käses, jetzt kommt's, die Milch ist. Darum steht hier der näherende Aspekt des Weiblichen im Vordergrund. Manchmal kann der Käse auch sexuell gedeutet werden, wenn der Träumer mit Genuss Käse verspeist. Der Anblick eines Käses mit Schimmelpilzen im Schlaf veranschaulicht, unterdrückte Gefühle, die auf der erotischen Ebene... Und jetzt könnt ihr euch nochmal an den Anfang der Sendung erinnern und könnt sagen, warum ich manchmal so ein bisschen kritisch bei Freud und seinem starken Fokus auf Sexualität bin. Nur mal das so, diese beiden Punkte nochmal... Aber wir hatten sehr lange sehr großen Spaß, weil es... Das mach ich nachher vom Einschlafen an, wer die ganze Nacht schlafen, glaube ich, weil ich jetzt alle möglichen Begriffe eingebe. Und was ich ganz toll finde von dieser Homepage ist, also was mich immer so genervt hat beim Bleigießen ist, ich gieße eine Figur und dann steht die natürlich nicht da auf der Rückseite von diesem Bleigieß-Dings, sondern man findet die dann nirgendwo und nirgendwo steht eine Deutung. Aber da haben wir alles gefunden. Bei Traumdeutung, wir haben alles gefunden. Traum minus Deutung. Die haben sich wirklich Mühe gemacht und es steht, egal was du geträumt hast, es steht da drin, es ist super. Das ist übrigens, ich möchte das einmal auch noch sagen, nicht ungewöhnlich, wenn man sich nicht an Träume erinnert. Von 365 Tagen im Jahr kann ich mich vielleicht an zwei Tagen an meine Träume erinnern. Und ich weiß intellektuell, dass wir alle nachts träumbare Traumphasen auch haben. Ich erinnere halt nichts davon. Ja, dann überlegst du doch mal, warum das ist das mit dir. Alexander, warum ist das so? Warum weißt du das nicht? Weil ich total glücklich und ausgeglichen bin und einfach überhaupt gar keine Probleme habe. Darf ich an der Stelle nochmal für die Leute da draußen, das ist gerade so ein Insider, dieser dämliche Satz, was macht das mit dir, ist wohl so eine Art Psychologen-Witz, der, wenn ich den mache, nie als lustig empfunden wird von den beiden über mir hier. Aber wenn die das untereinander machen, dann lachen sie sich immer kaputt. Ich weiß nicht, was vielleicht stelle ich denen. Doch, ist auch lustig, wenn du das sagst. Ja, ja, aber auf eine andere Art. Tommy, was macht das denn mit dir, dass wir das lustig empfunden sind? So, Cypher 1337. Da gibt es einen schönen Song übrigens von Bina Bianca. Das ist witzig. Das ist einer von denen, der um 1337 auch mal auf Twitter 1337 bestimmt. Finde ich mal sehr lustig. Anekdote. Die Diagnostik meiner Trauma-Folgestörung hat es vier Jahre gedauert, bis sie stimmte. Mhm. Das ist leider so. Ist das normal? Kann passieren. Hexchen Luna, ist das eine psychische Erkrankung, wenn man introvertiert ist, vielleicht nicht so erscheint, weil man sich als sehr lustige Kumpeltyp gibt? Nein. Ich fühle mich angesprochen. Und man sich aber innerlich einsam fühlt, auch wenn man in einem Pulk Menschen ist. Und wenn ja, was kann man tun? Mein Tipp als überhaupt nicht Psychologe ist, lass es sein, bleib daheim. Haben die Profis dazu was zu sagen? Mach, was dir gut tut. Ja, dankeschön. Und denk nicht, dass du falsch bist, nur weil du dich in einer Gruppe von Menschen einsam fühlst. Das ist nicht falsch. Das ist nur anders. Und gerade da kann man sich besonders einsam fühlen. Also ich meine, ich finde, es ist viel einsamer, wenn ich mit Menschen bin und mich alleine fühle, als wenn ich alleine bin. Das habe ich sehr schön erklärt, finde ich. Großartig. Warum klingt das immer so geil, wenn du was erklärst und bei mir klingt das immer irgendwie seltsam. Alexander, kannst du das nochmal zusammenfassen, was ich sagen wollte? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe dir nicht folgen können. Nein, ich hätte das nicht schöner beschreiben können. Ich könnte nur noch sagen, ich bin sehr gerne alleine mit meiner Frau zum Beispiel. Coding Bobby schreibt, ich kenne jemand, der sehr sensibel auf verschiedenste Dinge reagiert. Sei es auf die Springbrunnenpumpe des Nachbarn, Geruch von Heizungsluft oder eine Tür, die nicht bis zum Anschlag zugezogen wurde. Die Person hat seit längerer Zeit starken Tinnitus und Rückenschmerzen. Ich möchte unbedingt helfen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Könnt ihr was dazu sagen? Also wie man da rangehen müsste und welche Therapieformen tatsächlich helfen können? Ich ahne schon, was da jetzt kommt, aber hier bitte trotzdem die Experten antworten jetzt. Nein. Also kann ich nicht raten, weil das natürlich komplett von außen ist. Das wäre wieder genau dieses Übergriffige. Tinnitus wird ja bis heute bestritten, ob es stressorientiert ist oder doch organisch ist. Also dass Stress dem Körper generell nicht gut tut, das weiß man. Aber dieser einfache Mechanismus Stress macht krank und macht auch körperlich krank, ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Und die zweite Frage ist tatsächlich, möchte der Mensch überhaupt, dass ihm geholfen wird? Sieht er, dass er ein Problem hat und kann er annehmen, dass das ein psychisches Problem ist? Was du machen kannst, ist, je nachdem wie eng du im Verhältnis mit ihm bist, da mal vorsichtig mal in die Richtung reinzufühlen, das mal anzusprechen. Mensch, ich habe den Eindruck, du bist sehr großempfindlich. Hast du das immer oder so? Also dass man da versucht, mal nachzufühlen, aber auch nur, wenn du dir das selber zutraust, weil das kann dann auch sehr schnell eskalieren und dann hast du ein Problem, dass du dich kümmern musst, wo du nicht ausgebildet bist. Also das ist eine sehr schwierige Situation. Da müsste man sehr genau in die Einzelsituation reinschauen. Also wenn ich euch richtig verstehe, das sagt ihr immer wieder, Personen, die nicht ausgebildet sind, sollten eigentlich nicht konkret helfen, außer sagen, schau mal, da kannst du dir Hilfe suchen, oder? Naja, also nicht therapeutisch helfen. Nicht therapeutisch helfen, okay. Du kannst natürlich immer jemanden unterstützen und jemandem zeigen, du bist nicht alleine und ich bin da. Und es ist okay, wenn es dir schlecht geht. Es ist okay, wenn du empfindlich bist und das ist in Ordnung, das ist nichts Schlimmes. Wollen wir drüber reden? Ich bin da, also all diese Dinge, natürlich kann man das auch ohne Ausbildung. Aber wenn es konkret darum geht zu sagen, so wir gehen jetzt ein Problem an, dann muss die Person ihr Problem angehen wollen und es als solches auch wahrnehmen und dann zu Leuten gehen, die sich damit auskennen. Dorophobia. Als Kind hatte ich eine Phase, in der ich luzide Albträume hatte, also quasi Panikattacken im Schlaf und ich konnte nicht geweckt werden. Woher kommt denn sowas? Ich habe keine Ahnung, meine Kindheit war behütet. Danke für den Zusatz, das ist tatsächlich hilfreich. Bin ich auch nicht kompetent. Ich kenne mich tatsächlich mit dieser Art Störung nicht aus. Also was man weiß, ist, dass gerade so in der Pubertät, also gerade wo hormonell ganz viel im Körper passiert, nochmal Schlaf-Auffälligkeiten, will ich mal sagen, nicht ungewöhnlich sind. Also zum Beispiel dieses klassische Schlafwandeln tritt in der Pubertätszeit statistisch gesehen deutlich überhäufiger auf als dann späteren im Lebensverlauf. Das heißt, dass der Schlaf nicht so gut ist wie sonst, ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Wenn es Albträume sind, ist es natürlich sehr belastend, wenn man da noch nicht mehr rauskommt. Noch viel schlimmer. Aber das kann dann tatsächlich so ein bisschen daran liegen, dass in dem Moment die Hormone dafür sorgen, dass dein gesamtes Gehirn sich auch nochmal umbaut. Und so wie ich das jetzt aber aus deinem Vorlesen verstanden habe, Tommy, ist es jetzt vorbei. Also jetzt nicht mehr der Fall. So lese ich das auch, ja. Dann kann ich nur sagen, hurra, aber das ist nicht schlimm und du bist jetzt kein Freak, sondern das kann halt passieren. Und es ist also gut beschrieben, dass innerhalb der Pubertät mit dem Schlaf manchmal einiges so out of whack ist. Und das muss dann nicht kausal damit zusammenhängen, dass dir was Schlimmes passiert ist, sondern ja, das ist was, was wir so im Unterbewussten träumen. Da könnt ihr jetzt freut, wie da irgendwelche sexuellen Dinge dir reindichten. Och, lass mal. Oder man nimmt einfach an, dass es einfach auch mal passiert. Und Ängste haben wir ja alle übrigens. Also Angst ist ja eine der stärksten Emotionen, die wir auch haben. Und auch gar nicht so ungesund, ehrlich gesagt. Und da kann das auch lebensrettend sein. Also eine gesunde Angst vor gewissen Dingen. Und das kann sich auch mal da den Weg bahnen. Sophia, du wolltest noch was? Mein gefährliches Halbwissen dazu, weil es für mich jetzt so klang, als wäre das nicht in der Pubertät, sondern früher gewesen. Das kann natürlich auch bei kleineren Kindern sein, gerade wenn sich das Gehirn entwickelt oder unterschiedlich entwickelt. Das hat dann einen ähnlichen Effekt, wie das, was Alexander jetzt für die Pubertät beschrieben hat. Also gerade bei so Grundschulkindern, wo sich das alles noch unterschiedlich entwickelt, die haben das schon auch mal, dass sie schlafwandeln oder eben diese Träume haben. Aber wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es ja gut. Und dann wünsche ich dir, dass das so bleibt. Und etwas, was entnehme ich jetzt eurer Beiderschilderung, jetzt nicht so völlig ungewöhnlich. Also das ist vielleicht auch noch ein Ansatz gewesen, den ich hier so halb rausgelesen habe. Ja, das muss einen nicht beunruhigen. Passiert. Ist halt doof, wenn, aber... Antiqui schreibt, wie steht denn die Wissenschaft zu Traumdeutungen? Gibt es einen Zusammenhang oder ist das nur esoterischer Firlefanz? Ich habe so eine Ahnung, aber mal gucken. Traumdeutung? Das ist ganz einfach zu erklären. Also kauf dir fünf Bücher zu Traumdeutungen, such dir einen Begriff raus, lies die fünf Bücher und du wirst nach meiner Wahrnehmung wahrscheinlich drei unterschiedliche Deutungen finden. Und dann kannst du dir da selber Gedanken darüber machen, wie evidenzbasiert das ist oder wie interpretiert das ist, wohingegen eine Symptomatik von einer psychischen Erkrankung relativ gut beschrieben ist mit 25 Symptomen, die man checken kann. Also insofern ist das... Man kann das alles benutzen und man kann natürlich, wenn jemand immer Albträume hat und schlecht schläft, dann kann man natürlich damit arbeiten in der Therapie und kann versuchen herauszukitzeln, was einen belastet. Aber die Bilder des Traums, da gibt es keine Evidenz für, dass die eine Bedeutung haben. Natürlich sind Schlafstörungen und unruhiger Schlaf eine Symptomatik, die man angehen muss. Das finde ich ein super... Also du hast es jetzt so in deinem professionellen Tonfall nicht wirklich hervorgehoben, aber ich finde, das ist für mich die Erkenntnis... Mach du es doch mal. Das ist für mich die Erkenntnis, ja, deswegen sage ich das gerade, ich wollte es nur anmoderiert haben, damit es nicht klugscheiß-oid wirkt. Gerne. Die Bilder, die man im Traum sieht, nehme ich jetzt daraus mit, die kann man, also die zu interpretieren, das würde ich jetzt mal so in Richtung Bullshit wissen wollen, aber dass man schlecht schläft, dass man Albträume hat und so weiter, das ist ein Ding, dem man begegnen kann, hoffentlich irgendeiner Form. Definitiv, weil Schlaf ist ganz, ganz wichtig, den muss man halt haben. Also ich denke schon und kann nachvollziehen, wenn man jetzt immer wieder das Gleiche träumt oder immer wieder extreme Albträume hat oder sonst irgendwas oder das auch einen Leidensdruck verursacht, diese Träumerei, dass man dann wissen will, was soll denn der Scheiß, warum ist das denn so und dann irgendwie Erklärungen sucht. Ja. Da kann dir aber nicht jemand anderes oder ein Buch oder das Internet sagen, wenn du von einer blauen Katze träumst, bedeutet das das und das. Ja, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Und wenn jemand behauptet, dass er das kann, dass er deine Träume deuten kann und dir jetzt sagen kann, was für dich wichtig ist, dann ist das Blödsinn. Vor allem, weil es ja auch noch so ist, also wenn jetzt jemand meint, ja, dein Unterbewusstsein macht bla 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 und das ist ja ganz wichtig, das, was du erinnerst und was du von deinem Traum erzählst, das hast du ja nicht exakt genau so geträumt, sondern das hast du ja dadurch, dass du dich erinnerst, schon verändert, dadurch, dass du es erzählst, schon veränderst und dein Gehirn macht das ja auch nochmal ein bisschen passender, als du es eigentlich geträumt hast. Das heißt, es ist gar nicht so, wie du es geträumt hast. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alexander, den hattest du mehrfach auch schon in dem Ferngespräch angedeutet, mal mehr und mal weniger angedeutet. Gedächtnis. Dieses Erinnern, dass das ja so, also, und ich bin immer wieder schockiert, Sophia, ich glaube, wir hatten uns auch schon mehrfach drüber unterhalten, wie unpräzis das Erinnern ist. Das ist furchtbar. Man darf da gar nicht drüber nachdenken. Das ist furchtbar. Das wollte ich auch gar nicht ansprechen. Ja doch, jetzt ist es aber da. Entsätzlich. Nee, aber ich glaube, das ist für alle da draußen, kann das auch, wie soll ich sagen, es hat auch eine gewisse Entlastung. Ja, also es ist, Gedächtnisforschung ist somit das Deprimierendste, mit dem man sich beschäftigen kann. Ich glaube. Weil wir haben natürlich so ein technokratisches Bild, dass wir hier oben, früher hätte man gesagt, einen Videorekorder am Laufen haben, heute will man eine Festplatte vermuten und alles, was wir tagsüber erleben und das, was wir uns merken wollen, landet da drauf, wird ordentlich archiviert und gespeichert und ist dann da für immer vorhanden. Und das ist halt gar nicht so. Sondern in dem Moment, wo ich eine Erinnerung mir wieder hervorrufe, fasse ich sie an, verändere ich sie minimals. Und das schönste Beispiel, was ich für Erinnerungsveränderungen habe, ist, wenn ich, wenn ich einen, ich habe einen Freund, mit dem ich am ersten Tag in der Grundschule eingeschult worden und den treffe ich regelmäßig und wir reden dann immer ganz viel und die Geschichten auch von damals, die wir uns erzählen, die werden immer ein bisschen lustiger und die werden immer ein bisschen überspitzter. Und wenn dann noch andere Bekannte dabei sind, dann waren das von Weißenhoff früher etwa zwei Bier getrunken haben, total betrunken waren. Am ersten Schultag? Ja, so nach dem Motto, nein, also wir waren ja die gesamte Schulzeit, die ganze Schulzeit befreundet und dann irgendwann zehn, 15 Jahre später waren es dann halt schon jeder eine Kiste Bier und dann waren wir erst betrunken. Also diese klassischen Dinge, damit die Geschichte pointierter ist und irgendwann beginnt man das auch zu erinnern. Und ein anderes Beispiel ist, dass ich, das habe ich nach meinem Studium erst realisiert und das hat mich richtig fertig gemacht, Erinnerungen an meine Kindheit habe, ganz lebhafte Erinnerungen an meine Kindheit und die habe ich aber nicht, weil ich die habe, sondern die habe ich, weil das super acht Filme sind, die mir mein Vater immer wieder gezeigt hat. Und ich sehe mich von außen und sehe da Dinge, die ich getan habe und heute sind das meine Erinnerungen, weil ich weiß, dass ich das auf dem Film war, aber ich habe sie durch die Filme und ich habe sie nicht aktiv aus der Zeit, diese Erinnerungen. Und das hat mir gezeigt, wie das funktioniert und das ist aber normal, dass das so ist. Das muss er mir jetzt auch nicht schocken oder Angst machen. Und wir wissen eben, dass Zeugenaussagen vor Gericht halt ganz, ganz schwierig sind und dass, wenn man drei Zeugen vorlädt zu einem Vorgang, dann kriegt man unter Umständen drei komplett unterschiedliche Geschichten erzählt und alle drei sagen aber, sie haben das so gesehen und sie lügen nicht oder sie machen keine Falschaussage, sondern so arbeiten wir. Und diesen Einschränkungen muss man sich einfach bewusst sein. Das ist so. Ganz, ganz, ganz viele Untersuchungen, da werdet ihr, wenn ihr das im Internet googelt, bitte googelt nach seriösen Quellen, aber da gibt es eine Menge Untersuchungen, die gemacht wurden, die wirklich wahnsinnig frustrierend sind. Ja, wenn ihr euch mal frustrieren wollt. Also wenn man gerne Recht haben möchte, dann sollte man sich das nicht angucken. Ja, oh, ah, habe ich auch noch nie danach geguckt. Also wenn man sagt, ich weiß doch genau, das war so und so. Little Meier schreibt nochmal, meine Mutter hat von ihrem Therapeuten mal empfohlen bekommen, für mich einen Termin zu vereinbaren, ohne mein Einverständnis oder mich auch nur zu fragen. Also nicht den, ach so, einen Termin zu vereinbaren, ohne mein Einverständnis oder mich zu fragen. Also, okay. Wie alt warst du denn? Wenn es für dich als Kind war, dann finde ich das in Ordnung. Ja, oder wenn irgendwelche Dinge jetzt so auffällig sind, dass ein Arzt oder ein Therapeut das Gefühl hat, er muss aus der Verantwortung heraus sagen, das sollte angeschaut werden. Also wenn du minderjährig warst, dann finde ich da jetzt nicht direkt was Falsches, außer dass ich jetzt finde, ein Therapeut der Mutter kann nicht gleichzeitig der Therapeut des Sohnes sein. Aber wir wissen jetzt nicht, warum. Vielleicht gab es nur irgendwelche offenen Fragen oder es sollte ein gemeinsamer Termin sein. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja, das ist jetzt sehr verkürzt. Dass Angehörige mal in eine Psychotherapie mit einbezogen werden, kann Sinn machen. Das kann auch sehr, sehr gut sein. Dass aber jemand, so liest es sich oder so höre ich es, sozusagen herzitiert wird, ohne Alternative. Und dass du hast jetzt am Montag um 16 Uhr hier zu sein, das finde ich eher unruhig. Wenn dem so war, also das ist natürlich immer... Interpretiert und verkürzt im Chat, völlig klar. Also es klingt auf jeden Fall so, als wärst du empört darüber. Ja, genau. Und vermutlich warst du das zu Recht. Würde ich jetzt einfach mal von ausgeben. So. Narrenstein hat nochmal geschrieben, Frau Asperger lebt in der Schweiz. Sie ist die wirkliche Tochter von Herrn Hans Asperger. Sie ist schon etwas alt, nimmt aber noch ab und zu Patienten in Zürich an. Ah, okay. Bezüglich Narrenstein, das ist ein Hinweis auf die Geschichte der Psychiatrie. Die, ui, Alexander, das war es vielleicht für Hoxilla, gibt verschiedene Herleitungen. Eine ist, dass man den Idioten, in Anführungsstriffen, in den Kopf gebohrt hat und danach einen Stein platziert hat. Trepanation, ja, das war durchaus... Bitte was? Trepanation. Trepanation. Ja, Löcher in den Schädel bohren, Gehirn freilegen. Und einen Stein dann reinmachen? Das wäre, das kenne ich jetzt nicht, also ich kenne tatsächlich den Schädel zu öffnen für... Dass der Druck raus kann. Ja, das wäre eine Verletzung, aber das hat man auch in der frühen Form, also da wollte man zum Beispiel Menschen mit Epilepsie behandeln, ohne dass man wusste, dass sie Epilepsie haben. Genau, da kenne ich das her. Ja, ja, genau. Den Dämon rauslassen. Genau, den Dämon rauslassen, aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen, also der tatsächlich, der Nahe oder der Irre der damaligen Zeit, da hatte man die Vorstellung davon, dass Löcher in den Schädel bohren durchaus eine hilfreiche Therapie sein kann. Bitte bohrt euch jetzt keine. Wenn ich einen Stein da reinlege, klingt das für mich relativ final dann. Ja, das kenne ich auch nicht, das müsste ich nachlesen, aber das klingt interessant, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an nach der Sendung. Er meinte interessant im Sinne von wissenschaftlich, historisch interessant, nicht als Nachahmung. Danke. Ich dachte mir, ich sag's einfach mal. Ja, manchmal rede ich auch Unsinn, vielen Dank. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, sehr gut, dass du's sagst. Ich werd gleich mal ein bisschen bohren. Das klingt ja interessant, sag mal. Das ist ja auch ein Problem. So, Kaspar David Niedlich, Hallöchen. Tommy Klappweiß, ich bin seit Mai bei einer Psychiaterin wegen Ängsten. Dank Corona und Masken haben wir beide nie das Gesicht des anderen komplett gesehen. Sehen die beiden Dippelpsychs ein Problem mit fehlender Mimik bei Masken von Problemen, die Gehörlose beim Lippenlesen haben mal abgesehen? Ja, das nimmt uns einen Kanal weg. Ich bin jetzt gerade so ein ganz bisschen überrascht, lieber Kaspar, wenn ich dich so nennen darf, dass ihr keine Videotherapie macht, weil da hättet ihr das Problem ja nicht. Ich hab das vorhin, als ich einmal parallel kurz reingeschaut hab, auch die Frage gesehen, wie ist denn das mit Corona, mit Psychotherapie, wird da alles abgesagt? Das passt vielleicht da ganz gut dazu. Videosprechstunden im Rahmen der Psychotherapie haben stark zugenommen seit März, sehr, sehr stark. Und es gibt aber schon vor der Corona-Zeit weltweit sehr gute wissenschaftliche Untersuchungen, dass Psychotherapie auch über eine Kamera sehr gut funktionieren kann. Sie funktioniert am allerbesten, wenn sich Therapeut und Patient schon ein, zwei Mal in Persona getroffen haben und ein erstes Verhältnis zueinander aufgebaut haben. Das geht ein bisschen leichter, wenn man mal einmal im gleichen Raum gewesen ist miteinander. Geht aber auch ohne. Und Psychotherapie kann sehr gut funktionieren, auch über Videosprechstunden. Und um die Eingangsfrage, die eigentlich gestellt wurde, zu beantworten, ja, ich finde, das ist schwierig, wenn man die Mimik nicht sieht. Das nimmt uns einen Kanal der Kommunikation weg, den wir sehr, sehr gewöhnt sind und mit dem wir auch arbeiten. Also wir sind ja Mustererkenner, wir wollen ja unser Gegenüber lesen können und das wird uns erschwert im Moment. Also ich finde es in der Therapie, also ich weiß, dass es Therapeuten gibt, die meistens Video jetzt immer machen während Corona, aber auch Leute haben, die halt gerne in die Praxis kommen möchten. Und das sind dann aber meistens Patienten, die die schon länger haben. Und dann ist es auch nicht so tragisch, wenn dann eine Maske getragen wird, weil man sich kennt. Aber wenn du jetzt sagst, du hast die noch quasi ja noch nie gesehen, das fände ich, ich wundere mich, dass dir nicht angeboten wird, das über Video zu machen, weil das ja viel einfacher wäre. Es kann aber auch, also wenn du da jetzt schon seit März, glaube ich, hast du gesagt, hingehst, habe ich den Eindruck, dann wirst du nicht so unzufrieden sein. Und vielleicht funktioniert das bei euch trotzdem ganz gut. Und ich stelle für mich fest, dass mich das mit den Masken erstaunlich wenig stört, was Mimik betrifft, weil ich es gerade im Supermarkt, so an der Kasse ist mir das aufgefallen, finde ich das total angenehm, weil man sich wirklich in die Augen guckt. Und ja, an den Augen auch sieht, wenn jemand einen anlächelt und so. Und ich finde das ein Gewinn. Ich habe das Gefühl, die Leute schauen sich mehr in die Augen und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also nicht, dass ich jetzt für immer die Masken haben will, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Nebeneffekt. Also Alexander, nachdem es jetzt mehrfach erwähnt wurde, muss ich es einfach einmal sagen. Alexander, deine Brille ist krumm. Sie ist rechtstief als links, aus Alexanders Sicht. Cyberrunner macht das Monk-mäßig irre. Mich auch. Konfrontationstherapie. Ich komme nicht zum Optiker, liebe Leute. Also es sei hiermit vermerkt. Vielen Dank für den Hinweis. Es macht mich selber auch wahnsinnig. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und Tommy kann bestehen, dass ich vorhin jetzt ein Ferngespräch oder wenn das war, die ganze Zeit an meiner Brille rumgezuppelt habe. Ich versuche es zu korrigieren, aber sie ist leider verbogen. Ich kann es gerade nicht ändern. Gut. Wenn ich es selber mache, brech mir einen Bügel ab. Haltet durch. Gaffer. Mit Gaffer kann man alles korrigieren. Ich bin angehender Ausbilder. Hab ich schon mal gemacht. Ich bin angehender Ausbilder in der Freiwilligen Feuerwehr für Artenschutzgeräte. Also nicht ich, sondern Bad Shadow 112. Also für Leute, die in die brennenden Gebäude gehen, um Menschen zu retten und den Brand zu bekämpfen. Uns wird in der Weiterbildung beigebracht, dass wir die Neunige langsam weiter an die Situation und das Angstlevel ranführen und sie Schritt für Schritt abzustumpfen. Kann man aber Angst abtrainieren oder ist das Routine? Ja, kann man. Das ist Expositionstherapie. Was ist das? Expositionstherapie nennt sich das. Also mit etwas, was einem Angst macht, schrittweise sich auseinanderzusetzen und immer intensiver damit auseinanderzusetzen, weil man kann sich desensibilisieren, man kann die Angst senken. Angst hat die Besonderheit, dass der Körper nicht in der Lage ist, ein hohes Angstniveau lange aufrecht zu erhalten. Also wer unfassbare Angst vor Spinnen hat und dann einfach in einen Raum gesetzt wird, wo eine Spinne ist, das würde man so nicht machen, aber ich spitze jetzt mal, und glaubt, er stirbt vor Angst, wird nach mehreren Minuten irgendwann feststellen, dass die Angst weniger wird, weil der Körper müde wird. Der Körper ist nicht in der Lage, Adrenalin und die Stresshormone ganz lange auszuschütten. Irgendwann wird der müde und lässt nach und dann geht dieses Bedrohungsgefühl auch runter. Und wenn man das langsam und behutsam macht, kann man sich desensibilisieren, also Höhenangst immer höher gehen, mal mit einer Leiter anfangen und das Ende einer erfolgreichen Verhaltenstherapie, was Höhenangst angeht, ist typischerweise, dass man zu einem Fernsehturm in der Umgebung fährt, die haben häufig ja diese Glasböden und dann stellt man sich irgendwann auf den Glasboden und guckt nach unten und wenn das alles gut gemacht ist in der Therapie und gut funktioniert hat, dann steht jemand, der vorher noch nicht mal auf die dritte Leiterstufe gehen konnte da und guckt runter und stellt fest, ja, das ist unangenehm und wenn ich da runterfalle, macht mir das ein Problem, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich sterben muss, wenn ich jetzt hier stehe. Und das Gleiche wäre natürlich bei so einem Training für Feuerwehrleute ähnlich und das ist aber natürlich eine extrem schwierige Situation, weil du ja auch eingeschränkt bist, du kriegst schlecht Luft, du bist in einer gefährlichen Situation, das ist ja eine Situation, du hast es schon mal gesagt, Tommi, wo es total Sinn macht, dass du Angst hast, weil das ist überlebensretend und du musst gegen diesen Drang ankämpfen und da kann man das machen. Es gibt übrigens eine Angst, bei der das nicht funktioniert und das ist die Angst vor Blut oder auch eine ganz starke Spritzenphobie, weil da Menschen ohnmächtig werden. Da kannst du halt nicht langsam stechen, weil wenn einer ohnmächtig wird, dann hast du nicht dieses Phänomen, dass der Körper in der Angst ermüdet. Gott, ich hasse Spritzen so sehr. Ja, ich auch. Sondern man wird einfach ohnmächtig, da muss man anders. Das werde ich nicht, aber ich hasse es. Wie die Pest. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich mich impfen darf, aber ich habe so keinen Bock auf die Spritzen. Da gibt es dann ein Eis. So Alexander, jetzt gibt es ein Eis. Da ist dann jemand, der auch komischerweise plötzlich Bayerisch spricht, der sagt so Alexander, jetzt kriegst du ein Eis. Komisch, und da freue ich mich dann. In Hamburg. Gibt es Möglichkeiten, Sayaru schreibt, gibt es Möglichkeiten zu lernen, besser Mimik zu verstehen? Ich habe immer wieder Schwierigkeiten damit und es stört mich. Das ist im Alltag oft ein Problem. Man kann das üben, aber da solltest du auch wohin gehen, wo jemand Professionelles ist, der dich da unterstützt, weil ich glaube, so ganz alleine wüsste ich jetzt nicht, wie man das machen kann. Es gibt halt so Bücher da von diesem ... Ja, aber wenn man es selbst nicht kann. Also ich kann mir jetzt keine Möglichkeit vorstellen, wie man das alleine machen kann, oder du, Alexander? Naja, die grundlegende Frage ist ja, es gibt ja auch Menschen, die Einschränkungen tatsächlich damit haben, Mimik zu lesen. Also das ist, es gibt ja auch Menschen, die aufgrund einer gewissen Disposition zum Beispiel Emotionen nicht so gut bei anderen Menschen lesen können. Das ist, dann ist das so. Und dann muss man es natürlich trainieren. Das mit dem Buch alleine würde nicht gut funktionieren. Ich überlege gerade, ob das eher eine therapeutische Geschichte ist oder ob es da vielleicht auch, weiß nicht, ob man mit einem Schauspieltrainer da auch mal drüber reden kann, der das mit einem ... Kommt drauf an, wie dramatisch das jetzt ist, oder? Also ich meine, wenn man sagt, ich kann die Mimik nicht lesen, das klingt therapeutisch nach therapeutischer Notwendigkeit. Je nachdem. Also da müsste man jetzt wissen, was ist die Ursache dafür, dass du die Mimik nicht lesen kannst. Und wie viel Mimik kannst du nicht lesen? Du wirst wahrscheinlich die Ursache kennen und je nachdem, was die Ursache ist, kann man sich überlegen, wer kann mir da helfen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man das zu einem gewissen Grad meistens üben kann. Wir kommen langsam mal zum Ende sind tatsächlich 370 ... Hast du alle Fragen geschafft? Nicht ansatzweise. 370 Menschen hier, ich finde das ... Schon wieder zwei Stunden rum. Großartig. Also ich meine jetzt nicht, dass zwei Stunden rum sind, sondern wie viele Menschen hier dabei sind und wie großartig dieser Chat ist. Also ich muss es immer wieder sagen, ich finde es einfach toll. Leit Blankerl schreibt, was haltet ihr von Meditation als ein Mittel gegen Depressionen oder Angststörungen? Kann man unterstützend ... Mal ausprobieren und gucken, was passiert. Für manche Menschen hilft es sehr und manchen Menschen nicht. Genau so. Okay. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die man ausprobieren kann. Klar. Generell bei allen psychischen Erkrankungen können Entspannungsverfahren, und dann muss man aber gucken, welches Entspannungsverfahren für einen gut funktioniert, als Unterstützung sehr, sehr sinnvoll sein. Bei dem einen geht Meditation gut, bei dem anderen geht autogenes Training gut, dann gibt es so etwas wie progressive Muskelrelaxation, was man machen kann. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Verfahren. Und wenn man da was findet, was einem gut tut, dann ist das sehr gut. Aber es ist nicht etwas, was als alleinige Therapie so etwas beenden kann. Der Kaspar David Niedlich schreibt noch mal dazu an Tommy-Sophie Alexander, die Psychiaterin ist fußläufig zwei Minuten entfernt. Und da es um soziale Phobie geht und ich seit März im Homeoffice bin, bin ich froh, wenn ich aus der Bude komme. Das ist natürlich eine wichtige Muskelheitsinformation. Ja klar, dann sieht die Lage wieder ganz anders aus. Genau, meine neuen Kollegen, ganz kurz, ich lese noch fertig vor, meine neuen Kollegen kenne ich fast nur über Zoom. Das macht mich fertiger, als meine Psychiaterin mit Maske zu sehen. Klammer auf, außerdem kann ich dort mein Rezept abholen. Gut, ich meine... Alles gut. Das ist alles gut, keine Frage. Aber sag mal, ihr könntet doch, also wenn ihr... Beides machen. Ich weiß ja nicht, wie groß diese Praxis ist. Oder man kann mal auf die Straße gehen und auf die gegenüber der Straßenseite und einmal kurz die Maske abnehmen und sich zeigen. Also das kenne ich eigentlich so von der Palliativpflege. Bei meiner Mutter war das so, dass die auch, da kam halt immer jemand anders und die haben aber einfach alle mal kurz ihr Gesicht gezeigt und das war schon hilfreich, dass man einfach mal kurz gesehen hat, wer ist das? Oder sie, keine Ahnung, du hast wahrscheinlich sie auch gegoogelt und weißt inzwischen, wie sie aussieht. Aber das haben wir auch gemacht, wenn wir neue Sprecher jetzt beim Hörspiel haben, draußen mit weitem Sicherheitsabstand, einfach mal gesagt, so sehe ich übrigens aus. Schönen guten Tag. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Und dann die Klappe wieder zugemacht. Also und auch, ich nehme jetzt einfach mal an, auch mit der Psychiaterin, könnte man vielleicht einfach mal an die frische Luft gehen kurz. Aber es klingt ja so, als hättest du da gar kein Problem damit. Ich wollte gerade sagen, wenn es dir wichtig ist, wenn dir das gar nicht wichtig ist und die dir auch so gut helfen kann, dann halt nicht. Ja gut, aber du hast es ja... Das klingt für mich so, als wäre alles wunderbar und mach das weiter so. Ja, aber Kaspar David Niedlich hat es ja vorhin explizit in den Chat geschrieben. Jetzt habe ich natürlich angenommen, das ist eine Art von Problem. Aber wenn es einfach nur eine Beschreibung war, war auch in Ordnung. Und er wollte unsere Meinung dazu hören. Das hat er bekommen. Das ist alles gut. Das hat er mal richtig bekommen. Ja, das ist richtig. Hexchen Luna, mal ganz kurz zum Schluss, das hast du gut geschrieben, Hexchen Luna. Das ist interessant. Ich habe ein Gefühl zwischen den Schulterblättern und will immer kratzen. Da ist aber nichts, das jucken kann. Bin ich spinnert oder sollte ich zum Dock? Es ist immer die gleiche Stelle und es kommt periodisch. Zum Dock gehen. Ja, oder? Da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Da könnte irgendwie vielleicht was, da kann ein ganz dummer Nerv zum Beispiel angeklemmt sein. Da würde ich mal einfach mit zum Hausarzt gehen. Von der mal gucken. Ja, schadet ja nichts. Oder du bist bekloppt. Kann auch sein. Das kann sein, denn das sind wir alle. Dann ist das halt so, aber dann weißt du es dann wenigstens und kannst sicher gehen, dass da nichts anderes ist. Das ist ja auch. Ja, würde ich mal hingehen. Ach, Kaspar David Niedlich, vielen Dank für die. Ich finde es geil so. Mich interessiert sie nur, ob die Dippelpsicht das für problematisch halten. So, Herr Krabbeis. Das hättest du mal dazuschreiben können. Wir haben das aber so verstanden. Ja. Das hatten wir so verstanden. Tommi, du musst da nicht Leuten Probleme an dich geben. Nein, du musst es will. Nein, nein. Was macht das mit mir? Was macht das mit dir? Ja, was macht das eigentlich mit dir? Okay, jetzt kommen wir langsam ans Ende, denn jetzt fangen Leute an zu singen. Spider-Gwen, Spider-Gwen. Also jetzt wird es langsam interessant. Also ich kann übrigens gar nicht meditieren. Gar nicht. Hast du es denn mal probiert? Ja. Ich habe es probiert und habe seitdem einen noch größeren Hass dagegen. Ich stelle mir nicht gerade zum Schneider sitzen. Beruhig dich mal. Nicht funktioniert. Was ich aber kann, ist langweilige Sachen anschauen. Also wirklich, wo ich mir denke, boah, der redet aber okay. Und es ist aber ein Thema, was mich interessiert. Es ist aber langweilig. Ganz kurz rein anekdotisch. Es gibt einen... Was? Ich muss es erzählen, weil es zu großartig ist. Also rein psychologisch? Ja, nein. Anekdotisch. Es gibt einen, für Leute, die sich für Musik interessiert, es gibt einen YouTube-Kanal... Das stimmt, wenn ich Notizen mache? Der heißt... Nein. Das stört gar nicht. Der heißt Five Watt World. Also Five Watt von einer Tube, von einem Tube-Amp, also von einem Gitarren-Amp. Und der erzählt immer The History of the Fender Stratocaster-Guitar. The History of the Vox-Amp. Und so weiter. Und er erzählt das alles in dieser Tonart. Und es ist immer gleich. Und alles, was er erzählt, finde ich super interessant. Das Problem ist, ich werde wahnsinnig müde davon. Kannst du bitte aufhören damit. Ich merke, ich mache es gar nicht müde. Das ist echt spannend, weil ich möchte zuhören und es interessiert mich alles, was er sagt. Und inhaltlich ist es super, aber es ist so geleiert vorgetragen, dass ich dabei müde werde. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist jetzt eher was, was du zum Einschlafen nutzt. Ja, ja. Nicht was, was du zur Entspannung nutzt. Nein, ich nutze es zum Einschlafen. Nein, es ist keine Meditation. Es fiel mir nur in der Assoziation auf, dass mir das hilft beim Einschlafen, weil es eben nicht langweilig ist inhaltlich, aber einschläfernd. Ja, völlig verrückt. Das aber, dafür nutzt man ja Meditation dann wieder nicht. Nein. Das ist ja völlig... Das machen wir in der Sendung über Entspannungsverfahren. Genau. Ja. Ich möchte zur Meditation noch sagen, also probiert es alles aus, was euch gut tut und schaut einfach, es gibt ja da, Alexander hat es ja aufgezählt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, probiert das aus, aber das ist, du kriegst nicht, du kannst nicht eine Depression wegmeditieren. Ja. Das wird nicht funktionieren. Genau. Also wenn du meinst, du hast eine Depression oder bist in einer depressiven Phase oder so, dann such dir bitte unterstützend noch weitere Hilfe und denke nicht, wenn ich jetzt genug meditiere, dann wird es schon weggehen. Das funktioniert so nicht. Aber unterstützend ist das eine super Sache. Genau. Jetzt kommt hier kurz vor Ende noch der Tollkühen-Podcast und ratet mal eben, aber wir sind am Ende. Sowas von. Das ist aber schade. Ja, das ist schade. Also lass uns bitte noch mal darauf hinweisen, wie hieß der Twitter-Handle, den du gemacht hast? Bekloppt alle, glaube ich. Bekloppt unterstrich alle. Genau. Also wenn er, jetzt muss ich selber mal gerade gucken, warte. Ich glaube, es war bekloppt. Ich kann das konkretisieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da noch einen Bindestrich oder sowas reingebastet habe. Wenn wir kommentieren zu den Ohren, schreibt, ihr seid alle toll. Da hast du recht. Bekloppt unterstrich alle auf Twitter. Also folgt doch bitte, falls ihr Twitter habt, bekloppt unterstrich alle. Also natürlich könnt ihr auch... Da gibt es nur noch keine Inhalte, glaube ich. Das haben uns jetzt auch schon einige Leute gefunden. Kaspar David Niedlich zum Beispiel. War der Erste. Mehr oder weniger, genau. Ich twitter nachher auch noch mal was und retweete das, dann findet ihr das. Genau. Also es wäre auf jeden Fall sinnvoll, denn wir werden oder ihr werdet, also ich bin ja Gott sei Dank, das ist ja super, ich habe damit gar keine Arbeit, außer dass ich den Kevin irgendwann triezen muss, dass er ein hübsches Logo macht. Das ist wunderbar. Und ein Banner. Es wird, ja, es wird irgendwann Informationen dazu geben und das dauert jetzt auch nicht mehr ganz so lang, weil über Weihnachten haben wir alle so wahnsinnig viel Zeit. Hier wird sehr viel gelobt. Liebe Dippelpsychs, bitte lest den Chat nachher noch mal durch. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Freude. Ach, das ist echt so schön. Was für eine tolle Community. Das ist wirklich Wahnsinn. Es würde auch schon, übrigens an verschiedenen Stellen, wenn es um Ferngespräche und so weiter ging, die Community von der Community gelobt und begeistert gesagt und auch die Lydia Benecke ist ja völlig hin und weg. Gut, ich weiß nicht, ob sie ein Maßstab ist, weil ihre Community ist okay, aber die Leute, die bei ihr kommentieren und so weiter, sind natürlich teilweise meine Fresse. Sophia loben. Also ich würde das jetzt nicht schmälern. Ich finde auch, dass die Community hier wirklich so, so großartig ist und ich freue mich da so drüber. Ich finde es bei den Ferngesprächen schon einfach großartig. Ich glaube, ich weiß auch, ich habe dir irgendwann mal einen Zettel reingebracht, Community loben, weil ich dachte, ich platze sonst. Es muss jetzt gesagt werden, weil das so ein wahnsinnig nettes und einflussames. Ich erinnere mich an die Situation. Das war der Wahnsinn. Ich stehe hier und moderiere und dann steht meine Frau mit einem Zettel in der Hand plötzlich vor mir, Community loben. Ja, das muss jetzt sein. Ja, und das finde ich wunderschön. Und umso mehr freue ich mich, dass so viele da sind. Das finde ich toll. Ja, super. Und warte, das war jetzt gerade schön und schon ist es weg. Das war sehr lustig. Das ist schön. Warte, warte, warte. Ah, hier. Lilo. Verdammt. Was machst du denn immer? Hüpft ja der Chat-Tag, oder? Ja, nur wenn ich mit zwei Fingern runterscrolle, bleibe ich da stehen. Lio Pai Kai. Also ich gucke den Stream nur, weil ich hier ständig gesagt bekomme, wie toll ich bin. Der Content ist mir völlig egal. Super. So machen wir das. Was dir gut tut. Ja, genau. Was dir gut tut. Was dir gut tut. Genau. Aber ich habe plötzlich einen Podcast aufgetan, wo das auch war. Da wurden Ferngespräche angesprochen und deine andere Sendung, die Schreib, sag schnell. Zeitverschreib. Zeitverschreib. Und dann wurde auch nochmal explizit die Community in der Chat gelobt. Und es sei der angenehmste Chat in irgendwelchen Videostreams, den man bisher gesehen hätte. Ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Damit entlassen wir euch. Damit sollten wir aufhören, oder? Ja, damit hören wir auf. Besser wird es nicht mehr. Also vielen Dank. Folgt bekloppt unterstrich alle für News zu diesem Thema und folgt generell immer allen überall hier. Bis bald. Ciao. Schlaft schön. Tschüss.